Wir werden jetzt gemeinsam auf eine neue Folge 100% Fentanyl Talk Podcast reagieren. Einfach weil wir im Preview schon gesehen haben, dass wirklich ganz, 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 ganz wahnsinnig absurde Sachen gesagt werden. Und weil ich sowieso Bock habe, die beiden Hops zu nehmen, also Boogie und Belasch. Und deswegen reagieren wir darauf. Aber ich würde vorschlagen, dass wir, da der Podcast über eine Stunde geht, eine Stunde 46, werden wir auf jeden Fall irrelevante Stellen oder langweilige Themen skippen. Okay. 100% Fentanyl Talk Podcast zu Gast. Cashmo. Wir schauen rein. Let's go. Oh, let's get ready to mumble. Der Mann sagt, okay, ist egal, was der Wettermann sagt. Also, ist mir schlecht, ist egal, was der Wettermann sagt. Und heute ist ein verdammt guter Tag am Start, Baby. Ja, eben noch im Flugmodus. Ich immer noch. Ja, so ist das. Frisch vom Flughafen. An meiner rechten Seite Onkel B, der Hammer an der Spree. Mein Bruder Achim. Willkommen, Herr Ernst. Erstmal am Start, willkommen, Bruder. Der Einzige, der keinen Kulturschock bekommt, wenn das schon eine halbe Stunde früher hier ist. Alles easy. Ich setz mich dann einfach hier mal ins Echtcafé und schau mir mal die Umgebung an. Auf jeden Fall. Liebe ist käuflich, doch ich zahl nicht. Sie spricht französisch, doch ich spreche französisch. Lieber ist käuflich, doch ich zahl nicht. Sie will verstehe. Baby, okay, mach noch mal. Lieber ist käuflich, doch ich zahl nicht. Sie will französisch, doch ich verstehe nur Spanisch. Nein, ich verstehe Spanisch. Es hat auf jeden Fall so einen leichten Effekt vom betreuten Wohnen, wo der Pfleger mit den Bewohnern gemeinsam so soziale Projekte macht. Und ich glaube, genau so sieht Belasch Bugi auch. Gut französisch, Bruder. Doch, versteht nur Spanisch, ne? Doch, versteht aber nur Spanisch. Okay. Jetzt schaust du's. Dritter Anlauf. Liebe ist käuflich, doch ich zahl nicht. Sie gibt französisch, doch versteht nur Spanisch. Okay, vierter. Ey, wie heißt das, Baby? Das war richtig. Sie gibt französisch, doch versteht nur Spanisch. Genau. Liebe ist käuflich, doch ich zahl nicht. Sie gibt französisch, doch versteht nur Spanisch. Das ist One-Take-Wonder. Absolut. Jetzt weiß ja, wie es bei 16 Bars abgeht. Genau, kann ich mir jetzt ungefähr vorstellen. Da freut sich natürlich jeder Toningenieur. Ich hab das genommen, ne? Ich guck da mal nirgends wohin, ne? Ich hab zum ersten Mal 97 aufgenommen, wurde zum ersten Mal gehört beim Taktlos, bei Taktlos einer BRP4 oder BRP3 und dann war ja die Mentalität dieser Acht-Spurer und damals fast noch ein Vier-Spurer, wir hatten dann bei den Tapes ein Acht-Spurer. Erst Anfang der... Ich hatte auch ein Vier-Spurer. 2000 hatten wir im Bass-Box-Studio halt ne Buf, ne normale. Hast du mal mit einer Acht-Spurer aufgenommen? Ich nicht, weil ich ja bis 2002 im Knaß war, da hab ich angefangen zu schreiben, da hab ich mit Kassettenrekorder immer alles aufgenommen und wo wir dann draußen waren, da gab es ja schon Cubase SX, da konnte man aufnehmen Beats, da hat man dann mit Weezon gemacht. Weiß ich noch, das war... Das ist ein Wahnsinn, das Ding hat, gibt einen voll geilen Vibe, was ist das? Hast du mal mit einer Acht-Spur aufgenommen, B? Nein, ich komm auch später. Ja, das ist geil, diese Dinger dann auf dem Tisch. Also ich hab damals mit einem Vier-Spurer aufgenommen, das war wie so ein tragbares Mischpult, wo du eine Kassette reingelegt hast und dieses Mischpult hat dann diese Kassette, hat das Tonband, das Magnetband von der Kassette in vier Spuren aufgeteilt und du konntest an diesem Mischpult... Ja, Mann, boah, krass! Schaut mal, genau so, also ich hatte nicht genau das, aber so sah das aus. Schaut mal, so sah das Ding aus. Du hattest eine ganz normale Kassette, die du genommen hast. Diese Kassette hast du reingelegt und das hat dann von alleine dieses Magnetband von der Kassette in vier Spuren aufgeteilt. Das heißt, ab dem Moment, wo du die Kassette da reingelegt hast, konnte auch nur noch dieses Gerät die abspielen. Wenn du diese Kassette in einen normalen Kassettenrekorder reingelegt hast, das klangen wie irgend so Geräusche aus einem Horrorfilm, das konntest du nicht nur normal abspielen. Und in dem Moment, wo du die Kassette da drin hattest, hast du auf dem Tonband von der Kassette vier Spuren freigehabt. So, und das sind diese vier Spuren, wo du hier die Regler siehst. Da hast du die Lautstärke einstellen können, hier so ein bisschen Mixing grob, links-rechts Panning, hier Tiefen, mittlere und Höhen. Und du hast dann halt, ihr könnt es euch ja selber ausrechnen, du hattest die erste Spur, da hast du den Beat aufgenommen. Also, du hast hier einen Input gehabt, da konntest du von einem CD-Player zum Beispiel einen Beat abspielen oder vom Computer einen Beat abspielen. Und dann hast du hier auf Record gedrückt und dann hast du einfach genau die Länge von dem Beat abgespielt und hier gleichzeitig aufgenommen. Dann hast du den Beat hier drauf gehabt. Okay? Dann hast du aber nur noch drei Spuren Platz gehabt. Dann hast du also hier ein Mikrofon angeschlossen, das war dann der Input. Und dann hast du den Beat abspielen lassen und gleichzeitig aufgenommen. Du hast den Beat also von der linken Spur gehört und dann hast du diese zweite Spur mit deinem Rap zum Beispiel aufgenommen. Dann hast du noch Doppels gemacht und wenn du dann noch Adlips machen wolltest, dann war das Ding einfach voll. Und wenn dann zum Beispiel die Strophe zu Ende war und die Hook kam, dann hast du nämlich ein Problem gehabt, weil du konntest den Übergang kaum machen, weil da manchmal ja die Texte sich überlappen. Und dann musstest du manchmal, keine Ahnung, die Doppels überspielen oder Adlips weglassen, damit du den Übergang in die Hook machen konntest, weil in der Hook war es ja noch schwieriger. Weil meistens hast du die Hook ja doppelt durchgedoppelt und dann hast du da noch Adlips machen wollen und dann wird es schon eng. Und mit dem Scheiß habe ich meine ersten Songs aufgenommen, mit Schusen zusammen. Das ist echt eine wilde Zeit gewesen. Wilde Zeit gewesen. Und diese acht Spure habe ich gar nicht mehr gehabt. Ich bin dann von diesem Vielspure auf Computer übergegangen und habe dann da FL Studio benutzt und und und. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Zeit gewesen, muss ich sagen. Ich würde sagen, die Erzählungen aus den 90ern, die können wir jetzt schon mal skippen, weil wir haben alle verstanden, dass Belasch die 90er miterlebt hat. Wie Cashmo einen Song schreibt, interessiert mich auch nicht. Deutschrap Trendentwicklung. Deutschrap Videos damals heute. Spotify Klicks kaufen. AI Music. Menschlichkeit geht verloren. Pandemie. Da wird es interessant. Gehen wir direkt dahin. Let's go. Ich sage ja immer, der Mensch jeden Tag, jede Sekunde geht dann mit der Technik immer weiter nach vorne. Habe ich schon tausendmal hier gesagt. Aber so sozial oder so zwischenmenschlich, human, gehen wir weiter, weiter, immer nach unten. Ja, es geht nach unten. Das ist auch ja auch, hat ja angefangen halt mit dieser ganzen Pandemie und so weiter. Dass Leute sich sehr so gespalten haben halt und viel, viel Streit und Leute viel mehr sich nur mit sich selbst so beschäftigen. Auch diese ganze Homeoffice-Geschichte, die dadurch natürlich auch ins Rollen gekommen ist. Dass Leute sich halt immer mehr oder abgekapselt werden halt von einer Gemeinschaft. Dass es halt viel Homeoffice gibt und so. Und das ist halt etwas natürlich, was nicht so schön ist. Ich erinnere mich natürlich dann immer gerne an die Zeit in den 90er, wo man noch klein war. Wo man dann rausgegangen ist, auf sein Bike gestiegen ist und dann erstmal seinen Freund fünf Kilometer weit entfernt besucht hat, geklingelt hat und gehofft hat, dass er da ist. Und wenn er nicht da ist, dann ist man halt zu dem einen Platz gefahren, wo man manchmal ist oder zu dem anderen Platz, bis man halt seine Freunde gefunden hat. Also man hat auf jeden Fall noch in der Community und so weiter halt irgendwie gelebt und sich miteinander beschäftigt. Was halt heutzutage, angefangen mit den Handys natürlich eines Tages, ja, jetzt alles immer, immer krasser halt wird. Ja, also es ist halt auf jeden Fall so Boomer-Talk halt. Früher war alles besser, heute ist alles kacke. Es stimmt auch ein Stück weit auf jeden Fall, dass durch die neue Technologie viele Leute so verlernen, im Real Life zu interagieren. Allerdings ist es nichts, was irgendwie mit einem Plan gesteuert wird, sondern es ist einfach eine logische Konsequenz daraus, dass du halt viele Sachen mit deinem Smartphone übers Internet machen kannst. Ich meine, jemand wie Cashmo profitiert ja selber davon. Deutschrap profitiert von dieser ganzen Sache. Wenn diese technologische Entwicklung nicht passiert wäre, dann würde man heute jemanden wie Cashmo gar nicht kennen. Boogie und Belas auch nicht. Die sind ja bekannt in ihrem, in ihrem Maßstab, weil Leute sich ihren Content online reinziehen. So, also tatsächlich kritisiert man hier ein Stück weit halt auch einfach eine Entwicklung, von der man irgendwie auch profitiert hat. Also es ist immer so leicht dahergesagt, deswegen, ich nehme das auch nicht so ernst. Das ist halt so eine typische Floskel. Ja, früher hat man sich noch ordentlich Hallo gesagt. Früher, da hat man nicht die ganze Zeit in Smartphone reingeguckt. Das ist halt so richtiger, so alter Onkel-Talk. Früher war alles besser und so. Das ist halt, weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie, ich finde auch viele Sachen nicht gut heutzutage. Aber ich finde auch voll viele Sachen nicht gut, die früher waren. Ich habe immer das Gefühl, solchen Leuten kann es nicht schnell genug gehen, dass die alte Opas werden, wenn man so redet. Aber ja, heute ist alles schlimm, heute ist alles total scheiße. Ich fühle dich so, wir hatten letztens das Thema, waren wir in der alten Gegend immer getroffen. Und wenn es geschneit hat, wenn der erste Schnee kam. Bruder, ich bin runtergerannt, man hat bei allen geklingelt und am Tag… Hast direkt ein Herz reingepisst. Ja, da wollte man unbedingt Schneeballschlacht machen. Nach vier Bällen haben die Hände schon so wehgetan, dass man es dann doch wieder bereut hat. Damals nannte man sich das Viertel der Schneemann. Nein, aber genau, das ist schön, ja, die Zeit. Hast du auch Karotte benutzt? Nein, ich glaube. Karotte, weißt du? Wegen Flair und so. Das ist ein ganz neuer Witz, haben wir uns ausgedacht. Es ist total witzig, wenn ein Kind mit einer Karotte vergewaltigt wird. Es ist ultra lustig. Karotte und Kohle. Das alte Flerkel. Boah, das ist so unangenehm, Alter. Auch nochmal den Witz erklären. Das ist einfach genau diese Cringeness, die wir gestern beim Animus-Podcast hatten. Digga, das ist so richtiger alter Männerhumor. Hast du auch eine Karotte benutzt? Wegen Flair. Mein Gott, Alter, das ist so unangenehm, peinlich. Flerkel. Aber du kannstest doch gar keinen Schnee eigentlich, oder? So als Berliner Stadtmensch? Doch, ich sage dir doch wirklich B-Lasch. Aber es ist doch hier so zwei Zentimeter Matsch meistens. Ja, ich sage dir ja, das war ja das Ding. Als Kind, wenn es meistens war, es auf dem Wochenende, genau wie du sagst. Sonst war nach der Schule schon alles Matsch. Aber am Wochenende halt, waren die Kinder ja früh wach. Dann gucktest du aus dem Fenster und war schon ziemlich schnell zugeschneit. In den 90ern war brutaler Schnee. Da erinnere ich mich. Das war anders. In Aachen. Ja, aber ich glaube auch hier. Heute alles gestreckt. Da war mehr Schnee. Da war mehr irgendwie gefühlt, hat es da mehr geschneit. Also bei uns in Neukölln hast du da so ein Schneeball abbekommen. Da hast du erst mal Pickel im Gesicht bekommen, weil der braun war oder ein bisschen grau. Aber ich komme ja eigentlich aus Metzingen, also in der Nähe vom Schwarzwald. Kein Spaß. Also da war mein Asylantenheim, da habe ich meine ersten zwei Jahre verbracht. Da war Schnee, ne? Bruder, da war, deswegen sage ich ja, dieser Berliner Schnee, der ist doch ernst zu nehmen. Also ich stand mal als Kind, da stand ich mal neben so einer Schneewand, weil das haben sie dann so mit so einem Bagger oder so, haben sie dann mal freigeräumt, dass du da durchlaufen kannst und links und rechts waren so Wände. Und das Ding war zwei Meter hoch. Zwei Meter. Und da konntest du mit deinem Schneeanzug einfach Körper reinmachen und das war strahlend weiß und die Kinder haben das genommen und in den Mund gepackt. Ja, wie genau. Nimm mal Neuköllner Schnee in den Mundbrüller. Da ist erst mal Sotter beim Gormorra. Die meisten nehmen Neuköllner Schnee nur durch die Nase. Aber zum Beispiel an der Brünpi sind ja, würde DEWA auch wieder bestätigen, das klingt wie Räuberpistolen, sind die Busse ja nicht mehr vorbeigefahren, auch im Winter, weil Leute haben ja immer die Steine mit Schnee, die Bullen und Busfahrer abgeworfen. Ja, muss man auch machen, ne? Ja, wie war das denn in NRW? Da kenne ich mich nicht aus. Habt ihr da ordentlichen Schnee gehabt? Also bei uns auf jeden Fall, bei mir in der Region Aachen auf jeden Fall, weil da kommt ja die Eifel, da fängt ja die Eifel an, da war auf jeden Fall immer gut Schnee. Aber in den letzten Jahren auch nicht mehr. In den letzten Jahren ist es weniger geworden. Woran könnte das liegen? Könnte es eventuell am Klimawandel liegen? Der Klimawandel scheint zu existieren. Lass mal hin, ich will Klimaklima machen, wir müssen jetzt Klimaklima werden. Aber ich denke, also ich habe mich damit nicht beschäftigt, aber ich denke, das ist aber ganz normal Evolution. Ich denke auch nicht, dass es irgendwas damit zu tun hat, weil wir jetzt... Evolution! Bruder, was hat Evolution mit dem Klimawandel zu tun? Evolution ist die Weiterentwicklung von Lebewesen, die sich an ihre Umgebung anpassen und was weiß ich, Schwimmhäute entwickeln oder Kiemen oder sonst was. Was hat denn der Klimawandel damit zu tun? Aber es ist ja klar, worauf er hinaus will. Er will damit sagen, der Klimawandel passiert sowieso. Es ist ja dieses Abstreiten vom menschengemachten Klimawandel. Und woher kennen wir das Abstreiten des menschengemachten Klimawandels? Von der AfD, von den Republikanern in den USA. Und wieder setzt sich das Puzzle zusammen. So wie immer. Es ist einfach Rechtspopulismus, Konservativismus. Es ist einfach rechte Propaganda, auf die diese Leute reinfallen und es teilweise noch nicht mal raffen. Es ist wirklich armselig für erwachsene Menschen. Zwei Schachten kippen am Tag auf oder generell das, was wir tun. Ich denke nicht, dass der Planet davon beeinflusst wird. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du so ein Klimaleugner bist. Hast du dich geoutet? Ja, ich denke, ja. Gibt es Klimaklima bei euch? Ich habe noch keinen gesehen. Ich bin da auch immer sehr rabiat. Also ich glaube, ich wäre dann sofort in den News drin. Ich kann mich da nicht unter Kontrollen. Letztes Mal gab es ja schon die Situation mit dem Flinkfahrer, der da mit seinem Fahrrad bei mir vor der Einfahrt stand. Und ich stand dann vorher eine halbe Stunde wegen einer Demo irgendwo im Stau. Dann war natürlich der Puls schon ganz oben. Dann hatte ich noch ein Fahrrad bei mir vom Tor. Dann musste der mal kurz beseitigt werden. Wenn Midi da morgens auf der Straße hat, dann... Alter, wir waren beim Video da. Ich wäre bei RTL.12 auf jeden Fall direkt. Ich hätte es fast geschafft. Onkel hat einen Hangar, wir haben Hangar gemietet und so, haben hier drehen, haben die vierte Matthias Crime-Single gedreht und auf einmal so Atze von mir, Herr Zuhälter ausgeräht, der wir fahren dann zum Dreh und Stau, da kann es halt nichts sagen, kann immer was sein. Nach 20 Minuten stehen wir mal so aus dem Auto raus, kriegen wir Klimaklima. Echt? Also schon eine Erfahrung. Haben wir weggehauen, weggeworfen. Ja, das ist furchtbar. Und die Omas haben einen angefeuert. Zieh sie weg, zieh sie weg. Tucht euch einen anderen Spielplatz. Ab ins Gebüsch damit. Also wie gesagt, ich glaube an den ganzen Schwachsinn nicht, dass wir das irgendwie beeinflussen. Ich denke einfach, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus, wie der Planet sich verhält, aber vielleicht dreht er sich ein bisschen anders. Vielleicht hier. Das ist, also ich weiß nicht, eigentlich braucht man gar nicht so krass auf Cashmau eingehen, weil er beantwortet es ja irgendwie die ganze Zeit selber. Er sagt erst, also ich glaube da dran nicht, aber ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Also das ist so, das implodiert. Er beantwortet sich eigentlich selber. Er sagt erst eine Aussage, ich glaube da nicht dran, aber ich habe auch keine Ahnung davon. Also eigentlich braucht man diese Aussage von Cashmau nicht. Das Schlauste wäre es einfach gar nicht, darüber zu reden. Aber das ist halt wahrscheinlich das Hauptproblem, dass er trotzdem über solche Themen redet und davon keine Ahnung hat. Deswegen, ja. Irgendwann Karibiktemperaturen in 5000 Jahren und auf der anderen Seite ist Schnee. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung davon. So, ich habe mich damit auch nicht beschäftigt, aber ich gehe nicht davon aus, weil wir, weil die AI da durchs Meer fährt, dass es aufgehört hat zu schneien hier bei uns in der Region. Daran glaube ich halt nicht. Da musst du mal die Nase anrufen. Ja, so ist es. Die können uns da vielleicht ein bisschen mehr aufklären. Ein paar Sachen kann man doch mitmachen. Da habe ich jetzt auch nichts dagegen. Also so, dass Papiertüten bei Lidl sind anstatt Plastiktüte ist okay. Da regst du dich nicht drüber auf, ich auch nicht. Aber ein Baum muss dran glauben, glaube ich, oder? Da muss ein Baum dran glauben, hast du auch wieder recht. Wenn du dann das Loch mal anguckst, was wir da im Amazonas haben mittlerweile, das sind dann halt die Papiertüten. Ja, da müssen wir halt ein bisschen weniger Soja anbauen. Liebe Vegate. Ja, ein bisschen weniger Soja, weil dafür muss man den ganzen Waldleider abforsten und da sterben ganz viele Tiere, damit wir euer Scheiß Soja anbauen können, die Leute. Also ich trage ja persönlich keine Maske und benutze nie Gummis. Ja. Niesel? Von Klimaschutz. Ja, auf jeden Fall. Ich trage ja persönlich keine Maske und benutze nie Gummis. Ja, sieht man. Sieht man, Bugi. Niesel? Von Klimaschutz. Ja, auf jeden Fall. Das kennt man. Ja, was gibt's Neues auf Twitch? Ja, Twitch hab ich jetzt mal angefangen, macht auch ziemlich Spaß. Kay hatte mich damit schon seit einem Jahr penetriert und hat gesagt, du bist eigentlich so der richtige Charakter, du musst eigentlich Twitch machen. Kay One? Ja, ja. David, schreibe auch, der kommt auch bald hierher. Ja, ja. Wie war es? Ja, Kay kommt, der hab ich eingeladen. Ja, ich mag den, der ist ein guter, jetzt wo du es gesagt hast, der kommt, der kommt auf jeden Fall. Ja, der ist ein netter Kerl, wirklich ein sehr, sehr netter Kerl. Also immer, ich hab immer positive Erfahrungen halt mit ihm. Und der hat mich halt immer so auf den Trichter gebracht und irgendwann nach einem Jahr hab ich jetzt mal gesagt, komm, da hab ich einen gefragt, hey, kennst du einen, der das irgendwie einstellen kann? Weil ich bin jetzt auch nicht so, ich hab keinen Bock, mich da jetzt so reinzulesen. Dann kam man da vorbei, eingestellt, angefangen, gemacht. Macht Spaß, macht Spaß. Wenn du den ganzen Tag im Studio hängst, machst du deine Mucke, dann abends mal so, keine Ahnung, 20, 21 Uhr mal eine Stunde live gehen. Es ist cool, ist auch mal ein bisschen, du beschäftigst dich dann auch mal automatisch wieder ein bisschen mehr so mit der ganzen Szene. Mit Gott in der Welt. Ja, mit Gott in der Welt, obwohl das natürlich auch alles, aber solange man das auch so mit Humor nimmt, so wie ich es ja selber schon auch annehme, weil das, was ich ja da, also womit wir ja da, womit wir jeden Tag da überflutet werden, was aus unserer geliebten Hip-Hop-Szene so kommt, das ist ja auch nichts mehr, was ich jetzt wirklich so ernst nehme. Also es ist ja auch dann eher, dass ich das mehr so belächle. Und so kann man das dann natürlich auch abends quasi Comedy-mäßig dann auch ein bisschen verarbeiten und geht dann mit einem guten Lächeln dann abends ins Bettchen. Deswegen, das macht Spaß. Kann ich mir gut bei dir vorstellen. Ja, ich war auch geil, am Baumhaus war, wo wir wie gesagt, wie immer die Komplizierte gemacht haben, weil sie hat es ja nicht verstanden. Ja, ja, wie gesagt, an dem Tag war Raff noch da, ich weiß, ich kann mich auch daran erinnern. Genau, Raff war mit ihr und ich saß ja da am Baumhaus, habe das TV Straßenshautinterview gemacht und parallel war es hier, glaube ich, für Fritz in dieser Glas-Buf mit Raff. Da war ich dann ja auch einmal irgendwann dann mal bei dem 1998-Album und da ja dann dieses Allmann-Ding war, danach war ich dann bei Visa wie dann aber auch nicht mehr so willkommen. Dann ist halt der wohl irgendwie um die Ohren geflogen, dass die mich da interviewt hat. Das kam in ihrer Community dann nicht so gut an. Und seitdem war ich dann auch schon auf der schwarzen Liste. Jetzt siehst du, warum ich so abgegangen bin, weil ich bin da eh gecancelt, also habe ich jetzt auch meinen Spaß. Ja, ich ja auch, aber ich habe... Ja, die sind beide sehr krass gecancelt worden, deswegen sind die auch einfach alle immer noch da. Wenn man mal so ganz kurz rekapituliert, die, die alle so von Cancel Culture geredet haben, die wirklich mehr als genug dafür unternommen haben, dass sie laut ihrer eigenen Logik schon längst hätten gecancelt werden sollen, wieso sind die alle noch da? Ja, warum gibt es den 100%-Fentanyl-Talk-Podcast noch? Wieso gibt es den noch? Wieso gibt es noch Luke Mockridge? Wieso gibt es Cashmo noch? Wieso existieren die alle noch, wenn die Cancel Culture so krass ist, dass jeder weggecancelt wird, der der Gesellschaft nicht passt? Weil es Blödsinn ist, darum. Und weil es auch wieder ein rechtspopulistisches Narrativ ist. Cancel Culture, Cancel Culture, Cancel Culture. Ich habe auch jetzt lange eine Pause gemacht, auch bewusst, weil ich mal ein bisschen diesen ganzen Beef oder diese ganzen Geschichten, was ich gemacht habe, aber ich habe auch ein paar unnötige Sachen gemacht, muss man auch sagen. Man muss auch manchmal da ein bisschen selbstreflektierter rangehen. Deswegen habe ich auch eine Zeit lang da mal jetzt einen Break gemacht, weil ich auch mal wollte, dass das mal alles mal so mal ein bisschen vergessen wird, dass ich mich auch mal wieder aufs Wesentliche konzentrieren kann, aufs Musik machen, weil ich mich halt wirklich eine Zeit lang, so vor über einem Jahr, ein bisschen zu sehr auch davon mitreißen lassen habe, wie die Szene so irgendwie ist. Und dann auf einmal irgendwie auch da so angefangen habe, so eine Moves zu machen. Was meinst du mit unnötig? Ja, unnötig auch mit Bushido und diesem ganzen Kram und so weiter. Meinst du den Leak damals? Ja, mit dem Leak und hier und da. Ich bin ehrlich. Weil Luke Mockridge unschuldig war. Ja, genau. Du verstehst nicht, worauf ich hinaus will. Die Leute erzählen doch, es gibt eine Cancel-Culture. Die Leute, die man irgendwie nicht mag, einfach wegcanceln können. Und Luke Mockridge war ja so einer. Warum ist er dann nicht verschwunden? Ganz einfach, weil es Blödsinn ist. Weil du nicht einfach grundlos weggecancelt wirst. Wenn du wirklich dir was zu Schulden kommen lässt, was einfach gar nicht klar geht, dann wirst du gecancelt zu Recht. Weil das kein neues Trendwort ist, sondern das haben die Menschen schon immer gemacht. Jemand, der den absoluten Tabubruch begeht, wird aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Aber es gibt keine Cancel-Culture, die jeden, der eine andere Meinung hat, wegcancelt. Das ist einfach Blödsinn. Das ist, was ich meine. Aus heutiger Sicht sehe ich viele Sachen dazu. Und auch, ganz ehrlich, diese Nika-Irani-Geschichte. Auch wenn das eine Lügnerin war, mit Sambra und so diese Geschichte. Ich habe da irgendwie, ich weiß nicht, hätte ich mir einfach sparen können. Dass du Partei ergriffen hast, meinst du? Ja, dass ich Partei ergriffen habe. Am Ende des Tages hat auf jeden Fall eine Musiker-Seele gerettet. Weil ich sage, also ich sage nach wie vor, wenn da nicht irgendwelche Leute da reingegretscht hätten, wie ich jetzt zum Beispiel, weil da hat jeder den Mund gehalten, da wollte keiner was mit zu tun haben, dann wäre es jetzt auch vorbei. Weil ich erinnere mich noch an das Statement-Video, was er da in der Wohnung irgendwie gemacht hat, wo er da irgendwie rumgelaufen ist, total nervös. Und seine Aussagen, die er da gefällt hat, die waren halt quasi... Also wenn ich das richtig verstehe, dann behauptet Cashmo, dass er quasi eigenhändig Samras Karriere gerettet hat. Also wenn er nicht eingegriffen hätte mit seinen wirklich genialen Videos, dann würde Samras Karriere heute nicht mehr existieren. Das ist auf jeden Fall echt eine sehr eingebildete Aussage. Mein Gott, Alter. Sie sind mehr kontraproduktiv, als dass sie ihn da irgendwie aus der Nummer rausgeholt haben. Und man hat halt gemerkt, der kam halt mit der Situation überhaupt gar nicht klar und wusste gar nicht, wer da irgendwie darauf reagieren soll. Zur Unerfahrung wahrscheinlich noch so in diesen Sachen halt, wenn es mal ins Extrem ging. Und ich war natürlich so, dass ich das ganze Hip-Hop-DE gecancelte und wo jeder mich angegriffen hat, war ich natürlich ein bisschen jetzt schon vertraut damit, wie es ist, wenn so dieser Angriff von außen kommt, wie man da halt am besten mit umgeht. Aber am Ende des Tages, ja, ich habe mir viele Feinde auch mit sowas gemacht halt. Auch diese ganzen hier Feministen, die sagen, ich will die auch nicht als Freunde haben. So, alles gut. Aber unnötig halt irgendwo. Du wirst halt dann, dann wird nochmal das Allmann-Ding aufgegriffen. Dann wird halt, keine Ahnung, von 100.000 Menschen in Deutschland quasi verbreitet. Ja, der Brudi ist ein Nazi und der ist gegen Frauen. Oh Gott, ich habe es so vermisst. Endlich höre ich den Brudi wieder von sich selber in der dritten Person reden. Das gefällt dem, Jesus. So, was halt gar nicht stimmt. So, und das Problem ist, ich bin ja jetzt nicht ein Sido, den jeder kennt, dass jeder meine Worte hört, wo ich mich dann erkläre. Es gibt dann halt ein paar Spinner da draußen, die erzählen dann einer riesen Masse an Menschen, dass ich Nazi bin und, was ich ja nicht bin, und dass ich Frauenfeind bin. Und dann haben die das einmal gehört und wenn die das nächste Mal von mir hören, die kennen mich ja gar nicht und sagen, ja, das ist doch Nazi. Verstehst du, das ist das Problem. 100 Prozent. Auf diese Bubble ist geschissen. Ich bin auch Frauenfeind und Nazi bei denen. Ich auch. Vor allem Nazi. Ja, ja, Nazi. Das macht voll Sinn. Macht voll Sinn. Deswegen, also, irgendwann muss man auch so ein bisschen drauf scheißen, was so eine gewisse Bubble, die von vollkommen geisteskranken Psychopathen beherrscht wird, ehrlich gesagt, die einfach komplett unzufrieden sind, die sich selber sind und versuchen, im Internet Fitness zu stiften. Fuck drauf. Das Problem ist, dass immer das halbe Land diese Bubble ist. Ich finde, man merkt an diesen Denkpausen, die Belasch mittlerweile immer öfter macht beim Sprechen, die man früher so gar nicht von ihm kannte, man merkt einfach, dass Belasch total verunsichert ist und immer wieder beim Sprechen kurz versucht abzuwägen, kann ich das jetzt sagen, was ich gerade sagen will oder nicht. Man merkt auf jeden Fall, dass er sehr verunsichert ist. Mittlerweile gefühlt. Nein, Bruder. Es fängt ja von der Regierung an bis hier bis unten, überall. Du darfst niemals in diesen Modus kommen, dass du das glaubst. Die sind nur laut im Internet. Ja. Aber guck mal, wie die Realität aussieht. Ich habe keinen von diesen Spinnern jemals in meinem Leben gesehen, glaubst du mir, dass einer vor mir kommt und anfängt mit mir irgendwie rumzudiskutieren oder mich als ein Nazi zu betrachten. Ja, starkes Argument, Belasch. Ich habe dich auch nicht gesehen, seit du mir einen Chin-Check geben wolltest. Habe ich dich auch nicht gesehen. So ein dummes Geschwätz. Normal 90 Prozent von allem, was im Internet geredet wird, bleibt auch im Internet. Was ist denn das für ein lächerliches Argument, Alter? Mal abgesehen davon sind die Meinungen, die ich vertrete, die allgemeinen Meinungen. Ich denke aber eher, dass es schwächere Persönlichkeiten sind, die im realen Leben das niemals äußern würden. Ich denke, dass es einfach mehr Menschen sind, die sich mehr so in Social Media oder generell anonym in der Internetwelt aufhalten und da quasi ihren Kriegszug quasi starten, aber in der realen Welt nicht. Ich denke, das hat auch viel damit zu tun. Ich muss sagen, ich finde es echt undankbar, wie Cashmo und Boogie und Belasch über die Internetwelt reden, weil wie ich schon vorher gesagt habe, ihre eigene Existenz, die wir hier gerade beobachten, existiert nur wegen diesem Internet. Ich finde es schon sehr undankbar, dass die so abfällig darüber reden und sich auf die reale Welt beziehen. In der realen Welt würden wir die drei, einfach alle drei so nicht kennen. Deswegen verstehe ich dieses Internetgebäsche nicht. Das ist irgendwie voll der Blödsinn. Und vor allem, warum sollte jemand, also guck mal, jemand, der zum Beispiel schwächer ist als du, jemand ist körperlich schwächer als du, aber hat eine legitime Meinung, die dir vielleicht nicht passt, warum muss er dir diese Meinung ins Gesicht sagen, damit ihr euch dann hauen könnt? Oder warum? Warum ist er verpflichtet, dir das ins Gesicht zu sagen? Also, in was für eine Welt willst du wieder zurück? In der, jemand, der dir deine Meinung, der dir seine Meinung nicht traut, ins Gesicht zu sagen, weil er vielleicht Angst hat, dass du ein Choleriker bist und ihn schlägst, was man zum Beispiel bei Boogie ja denken könnte, dann wirklich das nicht machen könnte, weil er Angst haben muss. Welche Welt ist es? Steinzeit? Mittelalter? Wollt ihr in diese Welt wieder zurück? Ich glaube, ihr wärt die Ersten, die in dieser Welt nicht zurechtkommen würden, sage ich euch ganz ehrlich. Weil, wie gesagt, eure Existenz basiert auf dieser neuen Welt. Aber irgendwie scheinen die das nicht raffen zu können. Ralf, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wie viele Nachrichten hast du von Leuten bekommen? Ach so, und stimmt, Ralf hat absolut recht. Danke, ich habe einfach die besten Motoren. Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ich habe das gerade tatsächlich gehört, aber dann auf was anderes geachtet und vergessen. Belas behauptet, er vertritt die allgemeine Meinung. Das ist ja wirklich an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Außer er meint mit die allgemeine Meinung, die allgemeine Meinung bei der AfD vielleicht. Dann würde es stimmen, ja. Null Foto, Null Beitrag, Null Follower. Da dachte ich die ganze Zeit. Das habe ich dauerhaft. Hey, was meinst du, wie viele Leute Drohennachrichten und hier wacht er ab und blabla. Ich glaube, jeden Tag, egal wo ich bin, alleine rum, auch hier. Meins ist jemals einer mal zu mir gekommen, der gesagt, hör mal zu, mit dir habe ich ein Problem. Wegen Sache XY. Nein, die kommen alle mit Liebe. Und genau deswegen muss ich dir sagen, ich bin zum Beispiel ein Kritiker von dieser ganzen Digitalisierung und Überwachung und keine Ahnung was, finde ich jetzt nicht so geil, wo sich das alles so hinbewegt. Mit Datenklau und Aladin und BlackRock. Man weiß, was da abgeht auf der Welt. Aber trotzdem, für eine Sache bin ich super safe. Und das ist für eine Ausweispflicht im Internet, Bruder. Auf dem Augenblick, wenn ich mich jetzt hier vor die Kamera stelle und ich habe so viele Angriffe schon abbekommen, mit Kampagnen und Hetze und was weiß ich nicht was. Das ist ja nur dem geschuldet, weil ich halt meine Meinung... Tanna Nanna, viel Spaß im Lurk. Danke, dass du heute wieder mal am Start warst und uns so kompetent und absolut gerecht betreut hast. Ehrenmod. Ich sage, meine Meinung, so bin ich angreifbar. Sage ich nichts, bin ich nicht angreifbar. Ganz normal, ganz normal. Und in dem Augenblick stehe ich aber hier mit meinem Face. Jeder kann genau wissen, wo ich zu erreichen bin, wie ich zu mobben bin im Internet und Kampagne. Das kannst du alles gerne machen. Aber das ist ja nur, weil ich da bin. Du bist nicht da. Deswegen, wenn ich auf der Straße jetzt zu irgendeinem Durting gehe und ihm meine Meinung geige, dann muss ich mit einer Reaktion rechnen, mit einer Konsequenz eventuell rechnen. Ist so, so ist das Leben. Aber wenn du... Nein, so ist das Mittelalter. Du musst nicht mit einer Konsequenz rechnen. Das Einzige, womit du rechnen musst, ist, wenn du jemandem auf der Straße deine Meinung sagst, ist, dass er höchstens darauf antwortet. Wenn diese Person dich physisch angreift, dann ist diese Person ein gestörter und hat zu Recht rechtliche Konsequenzen zu erwarten. Und das ist eben das, worauf diese Leute immer anspielen. Ich finde das so lächerlich, dass die gar niemand darauf festnagelt, dass die das immer sagen. Das würdest du dich niemals trauen, mir das ins Gesicht zu sagen. Warum muss ich es dir denn ins Gesicht sagen? Weswegen denn genau? So, wenn du eine Person bist, die der anderen Person physisch überlegen ist, dann sollte die andere Person trotzdem die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu sagen. Alles andere ist unterdrückerisch. Und das ist eben das Schizophrene, dass diese Jungs, vor allem natürlich Belasch, sich hinsetzen und davon reden, ja, heutzutage wird man unterdrückt und man kann seine Meinung nicht sagen und wir werden kontrolliert und Datenklau und keine Meinungsfreiheit und Blackrock und Big Tech und die Religion mit den Hörnern, die versuchen alles zu kontrollieren. Aber gleichzeitig erwartest du von Leuten, die das vielleicht einfach nicht möchten, dass sie herkommen und dir was ins Gesicht sagen. Weil du dann im Prinzip durch deine Erscheinung oder weil du was machen willst, das weiß man ja nicht, deren Meinungsäußerung verhindern möchtest. Das heißt, du verhältst dich keinen Meter besser. Du bist dann genauso unterdrückerisch. Und das ist absurd, um nicht zu sagen Schizophren. ...hinter deine 500 Fake-Accounts versteckst, weil du 500 E-Mail-Adressen registriert hast, auf richtig peinlich, hinterhältig und auch... Wobei ich schon finde, dass anonyme Meinung halt eigentlich nichts wert ist. Ja, ist ja auch dein gutes Recht, NDMA. Versteh mich nicht falsch. Ich gebe einen Pick auf 90% der Meinungen, die anonym über mich geäußert werden. Nur gehe ich nicht so weit, dass ich sage... Also klar, versteh mich nicht falsch. Wenn mir manchmal Leute schreiben, ja du kleiner Pisser, ich werde das und das mit dir machen, dann sage ich, ja komm doch mal und sag mir das persönlich. Weil diese Leute wollen mich ja so beleidigen, die wollen mich verletzen, die wollen, dass ich wütend werde. Ja, dann sagen wir das persönlich. Aber wenn wir von Kritik reden, ja, weil jemand antisemitisch sich äußert, sexistisch sich äußert oder in sonst irgendeiner Art und Weise kritikwürdig auftritt und wir diese Personen dann kritisieren, dann ist es völlig egal, ob du das in Real Life sagst oder im Internet. Im Internet hast du halt den Nachteil, dass dann zum Beispiel auch Meinungsunterdrücker so wie Kianusch meine Meinung online unterdrücken, indem sie mich wegstriken lassen. Das ist halt auch Teil des Problems. Und du dir das Recht herausnimmst, dann auf einmal Kampagnen zu starten, andere Leute zu beleidigen und Sachen zu sagen, die du in der Realität dich nicht trauen würdest zu sagen. Dann haben wir ein Problem miteinander. Führ doch bitte für jeden im Internet einfach das Gleiche ein, was wir als Bürger im realen Leben auch haben müssen. Ich muss ja auch hier einen fucking Ausweis haben. Wenn ich von der Polizei irgendwo rausgezogen werde, dann wird er sagen, Führerschein, Ausweis. Dann muss ich dir ein scheiß Wort zeigen. Wenn du im Internet irgendwie der Meinung bist, irgendjemanden seine Karriere ruinieren zu wollen oder seine Mutter zu beleidigen oder keine Ahnung was, dann mach das aber bitte dann auch mit den Eiern in deiner Hose. Genau, dass dein Name dahinter steht. Ja, eine Person auch, eine reale. Und dann würden wir sehen, wie viele von denen übrig bleiben. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, 95 Prozent von dem Ganzen würde einfach in Luft sich auflösen. 100 Prozent, 100 Prozent. Sie zieht auch parallel. Ja, das Ding ist aber, dann würde sich wahrscheinlich auch 95 Prozent von euren Supportern und Zuschauern in Luft auflösen, weil das nämlich teilweise Leute sind, die genau so im Internet auftreten. 90 Prozent der Leute, die mich beleidigen, kommen genau aus eurer Bubble. Genau aus eurer Bubble. Die mir Gewalt androhen, die mich beleidigen und Sonstiges. Die schreiben mir wegen euch. So, wäre interessant zu sehen, wie viel dann noch von eurem Publikum, von eurem Stampsupporter-Publikum übrig bleiben würde. Ich glaube, wir haben alle hier drei Samoa verteidigt. Ja, was sie halt gut können, weil die halt so im Internet so aktiv sind, die schaffen es. Zum Beispiel, ich habe ja Zeiten gehabt, dann haben die meine Kommentarfelder irgendwie Feministen auf einmal, die kamen auf einmal in Scharen, als hätte irgendeiner die losgeschickt, als hätte irgendeiner einen Knopf gedrückt, die angreifen. So, und dann waren meine Kommentarfelder so überladen davon, dass wenn jetzt ein neuer zum Beispiel, weil er zum Beispiel mich neu entdeckt hat, meine Musik, auf meine Seite kommt, weil er zum Beispiel sagt, hey, ich feiere das eigentlich, zum Beispiel jetzt ein Alman-Song, ich lasse jetzt mal ein Follow da und dann guckt er aber zum Beispiel erstmal in meinen Kommentaren und dann sieht er auf einmal, dass ich nur gehasst werde und lässt sich dadurch natürlich seine Meinung bilden. Und das ist das, was sie halt gut können. Die schaffen halt natürlich in YouTube-Kommentarsektionen oder in Instagram und hier und da mit ihrer Masse von Fake-Identitäten oder mit fünf Accounts halt quasi und dann mehrere natürlich, die Meinung anderer Leute direkt mit zu beeinflussen. Und das hat das gefährliche an dieser Geschichte. Es gibt ja eine Story, so letztens hat jemand von 2018 im Zuge der Kampagne, die gerade einfach mal wieder läuft, es gibt ja immer wieder Kampagnen so gegen uns, gegen mich, wie auch immer jetzt gerade war, wieder was, wo ich in der Türkei war, hat jemand von 2018 irgendwie so einen sarkastischen Post von mir von Facebook ausgekramt, da wo ich im Auto unterwegs war zum Beispiel und gesagt habe, Fleisch, da ging es um Fleisch. Und zwar habe ich da mit das weibliche, den weiblichen Schenkel damit gemeint. Und es ging halt darum, dass ich durch die Gegend fahre und sage, ich habe da gerade was mitbekommen, und zwar ein Mädel, was ihr Fleisch zur Schau gestellt hat mit einem sehr, sehr knappen Mini-Rock. Da haben halt ein paar Jungs hinterher geschaut, aber es wurde nicht hinterher gepfiffen, es wurde nicht gegrapscht, gar nichts. Also keine Kölner Silvesternacht. Das war alles noch im grünen Bereich. Keine Domen Platze. Nicht grapsch, kaum kriegt sie sich drüber auf, dass sie angeschaut wird. Und in dem Augenblick, dann habe ich natürlich völlig überspitzt gesagt, dann ziehe du deine Burka an. Also ich meine, im Endeffekt, du musst doch wissen, wenn du so auf die Straße läufst und Fleischbeschauung quasi, daher kommt der Begriff Fleisch, an den Tag legst, dass der eine oder andere auch mal ganz ungefährlich irgendwie drauf gucken darf, ist doch völlig legitim. So lernt man doch Leute kennen. Du gehst nicht irgendwo hin. Es ist einfach unfassbar, dass Belasch wirklich offensichtlich so dumm ist, dass er nicht versteht, dass es gar nicht in erster Linie darum geht, ob diese Jungs, jetzt diese Mädchen was machen oder nicht. Es geht darum, dass du selber so dämlich bist, dass du nicht verstanden hast, dass das Problem viel früher anfängt. Nämlich es fängt da an, wo du einen weiblichen Körper objektifizierst und zu Fleisch machst. Du Depp. Da ist das Problem. Du bist das Problem. Das ist so lächerlich, Alter. Und wisst ihr was, das ziehen wir uns jetzt direkt rein. Ich sage mit Minirock rum. Kann man sich das vorstellen? Man sieht überall Fleisch. Fleisch und Beine. Darum geht es im Sommer. Fleisch und Beine. Wenn ihr nicht wollt, dass euch jemand auf euer Fleisch schaut, dann zieht euch vielleicht lieber eine Burka an oder wickelt euch in irgendein scheiß Tuch ein. Die armen Jungs sehen das Fleisch. Sie werden hungrig auf Fleisch. Sie fangen an zu sabbern. Und dann heißt es Nein, bitte nicht anfassen. Bilech fährt mit Leistungsdruck nervös durch seine Hutte. Egal wo er hinsieht, der hat Fleischeslust. Nur ein bisschen Haut und der Kleine guckt völlig voll gesabbert aus dem Reißverschluss. Bilech kriegt einen Ständer an der Metzgertheke und schiebt es auf die Männergene. Das ist so toxisch, maskulin echt. Bilech, wieso nennst du dich nicht Bicep? Du läufst oben ohne fröhlich durch die Straßen. Aber ehrlicher wie nötig kann man's haben. Ja, ich weiß, es ist warm, doch als ob das sein müsste. Wir haben 30 Grad und du trägst Fleischmütze. Und stellst dir die Frage, warum sollte ich alle Menschen respektieren? Dann, wenn man Frauen so gut sexualisieren kann. Ja, dir tut so viel Fleisch nicht gut. Cholesterinspiegel höher als deine Kuh. Sie laufen heutzutage mit Mini-Rock. Sie hat ihn einfach kurz mal hops genommen und hat in ein paar Bars besser gerappt als Bilech in seiner ganzen Karriere zusammengerechnet. Einfach tschau. Deswegen wollte ich das zeigen. Sehr stark, stark, stark. Weiter geht's. Und lernst jemanden aufgrund seines fucking Charakters kennen. Also wie oft passiert das? Du siehst irgendjemanden, du findest ihn attraktiv aufgrund seiner körperlichen Reize. Und wenn du deine Reize dann so offensiv zur Schau stellst, dass man deinen halber Arschbacke sieht und jemand guckt drauf, dann wäre doch nicht aggro demjenigen gegenüber. Wenn er dich begrabschen würde, würde man das ja verstehen. Fleisch, Fleisch. Da kommt dann auf einmal irgendeine Feministenrapperin und nimmt das und macht dann einen Disstrack auf Instagram und der hat auch noch so ein bisschen Reichweite. Ich habe ihr auch sogar per DM angeboten. Wenn du willst, können wir das ja gerne mal so ausdiskutieren. Dann kann ich dir aber auch mal erklären, was da die Perspektive ist von uns. Machen wir aber nicht, ne? Zu feige dafür. Zu feige dafür. Ja, und wie man sieht, hat sie auch recht gehabt, weil du hast ja gerade mit deiner Erklärung deutlich gemacht, dass du gar nicht verstanden hast, was das Problem ist. Weil du denkst, es geht darum, ob diese Jungs, die diesem Mädel da nachgeschaut haben, was du in deiner Autostory erzählt hast, weil du denkst, dass es nur davon abhängt, ob diese jetzt täglich angegangen sind oder nicht. Es geht aber darum, dass du selbst in deinem Video exposest, dass du sich leicht zu bekleiden als Fleischbeschau darstellst und du objektifizierst damit den weiblichen Körper. Das hast du einfach nicht gerafft, dafür bist du zu dämlich. Andy auch übrigens. Ja, genau. Völlig unwichtiger Dreckskram eigentlich normalerweise. Das alles, merkt ihr bei Belasch, ist alles immer unwichtig, was für ihn unangenehm ist. Er hat ein sieben Minuten Statement gemacht, wo es hauptsächlich um mich ging und auch dort hat er immer wieder betont, wie unwichtig die Sache mit mir ist, weil es ihm unangenehm ist. Angelegenheiten, die Belasch unangenehm sind, sind ihm unwichtig. Deswegen ist für Belasch auch Rap-Technik unwichtig. Auch wenn er sagt, er kann alle Flows, aber offensichtlich kann er wahrscheinlich nur einen Flow. Aber sogar da sagt man, komm, lass doch mal reden. Nein, ihr könnt nicht reden, weil ihr würdet in einer Debatte sowieso auseinandergerissen werden. Weil letztendlich, ich sag dir mal, was mir bei der Situation nicht, was mir da auf den Sack geht. Mir geht es einfach nur darum, ich vermittle dort konservative Werte. Aber die Antworten, die ich bekommen habe, zum Beispiel auf Instagram, die waren fast alle ausländerfeindlich. Ist das nicht interessant? Weil diese Feministen, das sind ja alle Linke. Das sind ja die Gegner von den Nazis. Jetzt machen wir die Sendung mit der Maus, damit es auch jeder versteht. Ja? Jetzt kriege ich aber durch diese Reaction, Eself***er, geh zurück in dein Land. Ich höre dir. Auf beiden Hochzeiten. Weil ich gesagt habe, weil wir halt konservative Werte vermitteln in Bezug auf Nacktheit und so weiter, weil wir halt das nicht so feiern, dass halt vielleicht irgendwie heutzutage auf Instagram gefühlt jede Frau völlig nackt sein muss mit ihren Titten und Arsch draußen, damit sie Erfolg hat. Ich meine, das ist ja eigentlich eine Objektifizierung von Frauen. Das sollte euch Feministen eigentlich als allererstes nicht gefallen. Nee, das ist so lustig, wie er einfach sein eigenes Denken auf andere projiziert. Wenn du den Körper einer Frau als Fleisch bezeichnest, dann objektiv objektifizierst du den Körper einer Frau. Wenn eine Frau ihren Körper so zeigt, wie sie einfach Bock drauf hat, so wie zum Beispiel einen Rapper, den du bestimmt gut findest, Tupac zum Beispiel, der sich auf seinem Cover oben ohne gezeigt hat oder einen Rapper so wie ich, den du auch ziemlich gut findest, der sich auch auf seinem Cover oben ohne gezeigt hat. Wenn eine Frau genau das Gleiche tut, dann ist das einfach nur Gleichberechtigung und keine Objektifizierung. Ob eine Frau sich nur darauf beschränkt, das halte ich auch für oberflächlich. Bei Shirin David zum Beispiel. Aber es ist ihre eigene Wahl. Jeder kann das selbst entscheiden. Beschränkt er sein Auftreten und seine Erscheinung nur auf seine Äußerlichkeiten oder setzt er mehr Wert darauf, dass auch innere Werte kommuniziert werden und und und. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Du musst das nicht geil finden, aber das ist kein Objektifizieren. Das, was du gemacht hast, das ist Objektifizieren. Wenn Frauen draußen rumlaufen und sich leicht bekleidet zeigen, dann ist das für dich Objektifizieren. Die Frage ist nur, Belasch, was mich interessieren würde. Frauen, die sich leicht bekleidet draußen zeigen, objektifizieren sich. Was genau ist dann aber das hier? Was ist das? Bruder, was ist das? Warum hast du uns das nicht erspart, Belasch? Warum hast du uns diese Objektifizierung nicht erspart? Bruder, selbst deine Oberschenkel mussten wir sehen. Bis ganz unters Pipi irgendwo hier. Warum? Warum machst du dir so viel Gedanken darüber, dass Frauen leicht bekleidet rumlaufen, aber bist selber so rumgelaufen, Bruder? Und dann erzählst du was von Objektifizierung. Wenn ihr es ernst meinen würdet, müsstet ihr dagegen arbeiten, weil Frauen sind ja Menschen. Die sollten auch als Menschen betrachtet werden, aber wenn du heutzutage keine Chance mehr hast, ohne deine Titten irgendwo zu zeigen, in der Öffentlichkeit stattzufinden, in der Medienwelt oder in der Mode oder Entertainment, da hast du doch die Frau zum Objekt gemacht. Wo seid ihr Feministen? Seid ihr nicht da? Aber auf der anderen Seite, wenn du dann so viele Nachrichten bekommst durch eine linke Feministin, die mir sagen, dass ich ein Eselbiker bin in mein Land gehen soll, weil da könnte ich mich ja dann so quasi so ausleben, wie ich es möchte und ich soll die europäischen Werte doch nicht angreifen und so weiter mit der Nacktheit. Wir sind hier ein freies Land. Wir dürfen Minigrocks tragen. Wir zeigen unsere Pussy in die Kamera. Das ist generell viel Doppelmoral. Ja, man kennt sie natürlich. Man kennt diese unzähligen Frauen, die ihre Pussy in die Kamera halten. Unzählige Superstars, die alle ihre Pussy in die Kamera halten. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Sagst du das so und dann denkst du dir, okay, alles klar, ihr habt einfach nur bewiesen, dass vor allem in dieser linken Bubble auch sehr viel Ausländerfeindlichkeit besteht. Der einzige Unterschied zur rechten Bubble ist einfach nur, dass ihr das nicht sagen dürft. Das würde an eurem Image kratzen. Also, wir haben hier wieder eine perfekte Relativierung von Rechtsextremismus. Also der einzige Unterschied zwischen links und rechts, womit Belasch auch gleich wieder zeigt, dass er genau wie alle anderen Rechtspopulisten an die Hufeisentheorie glaubt. Also der einzige Unterschied zwischen links und rechts ist, dass Linke ihre Ausländerfeindlichkeit nicht offen zeigen können dürfen. Damit pauschalisiert er noch kurz, dass alle Linke also Ausländerfeindlichkeit haben wahrscheinlich und die nur nicht zeigen dürfen. Also einfach par excellence. Ein Paradebeispiel für eine Hufeisentheorie. Links und rechts ist das Gleiche. Sag mir, dass du ein Rechtspopulist bist, ohne mir zu sagen, dass du ein Rechtspopulist bist. Ist auch so. Deswegen bleibt ihr da in eurem Verborgenen und tut so, als wenn ihr nichts gegen uns gemacht habt. Stimmt nicht. Die Rechten sagen einfach nur direkt, was ihre Meinung ist. Ihr verbergt das. Merkt ihr? Da werden einfach noch suggestiv Rechte gelobt. Die Rechten sagen einfach ihre Meinung. Stabil. Das ist ja auch genau der gleiche Scheiß, den man dann Steven Feldmann nachgesagt hat. Aber der sagt wenigstens seine Meinung. Der ist mir lieber. Der ist mir lieber einer, der mir richtig sagt, ich hasse Ausländer. Wie dämlich kann man sein? Wie dämlich kann man sein? Die antimuslimische Stimmung kommt nicht nur von den Rechten. Die Linken sind da genauso betroffen leider. Also nicht betroffen, sondern beteiligt an der ganzen Sache. Und wenn ich mir das Ganze dann so reinziehe, dann denke ich mir, guck mal, das zeigt einfach, wie ihr drauf seid. Ihr habt antimuslimische Gesinnung, Fremdenfeindlichkeit, weil das, das ist lustig, wie Belasch antimuslimische Gesinnung stört bei den Linken. Aber bei Donald Trump mit dem Muslim Ban, da hat es ihn nicht gejuckt. Da war er trotzdem sich nicht zu fein, um mit Donald Trump Merchandise Oh Say Can You See zu singen und ihn zum besten US-Präsident der letzten 20 Jahre zu machen. Es ist unfassbar. Das Cashmo ist so, ich sag ganz ehrlich, ich kann das gar nicht ernst nehmen, was Cashmo, Cashmo hat wenigstens, der hat wenigstens so ehrlich sein, hat wenigstens von Anfang an gesagt, er beschäftigt sich mit den ganzen Sachen eh nicht. Also für mich ist Cashmo einfach, der hat von allen Sachen keine Ahnung und nimmt aber halt einfach immer die konservative Meinung ein. So, das kann man gar nicht ernst nehmen. Ich konzentriere mich auf Belasch. ... hat gar nichts mit Cashmo, mit dem Islam zu tun. Das sind urkonservative Werte. Es gibt Videos auf Instagram von alten Deutschen damals. Männliche Natur. Wir sehen eine Frau, wir sehen Haut, wir sehen ihr und ja, dann verändert sich da halt in der Blutzirkulation was und dann verändert das auch was im Gehirn und dann kommt halt vielleicht schon mal ein Spruch. Mal abgesehen davon. Mal abgesehen davon. Aber das, was ich gerade sage, hat mit uns nichts zu tun. Ich habe einen Clip gesehen letztens auf Instagram mit einem Schwarz-Weiß, Bruder, aus den 40er, 50er Jahren. Cashmo kann nichts dafür, wenn die Idioten solche Themen ansprechen. Natürlich kann er was dafür, dass er sich in diese Drecksendung reingesetzt hat. Wie ich es gesagt habe, jeder Mensch, der sich nach dieser Sache mit mir, nach diesen Beleidigungen und vor allem den Aussagen gegenüber meinem Vater von Bugi noch in diese Sendung reinsetzt, für mich sind diese Menschen gestorben. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Jeder Mensch, der sich da reinsetzt, egal wer, soll es niemand vergessen, dass ich das gesagt habe. Niemand, der sich in diese Sendung reinsetzt, von niemandem von diesen Menschen will ich noch was wissen. Fertig aus. Da sagt der Typ, Alter, der geht nach Hause. Er könnte auch was dagegen sagen. Ja, könnte er, aber er stimmt ja die meiste Zeit zu. Er stimmt ja die meiste Zeit zu, obwohl er sich mit diesen Themen laut eigener Aussage nicht beschäftigt hat. Deswegen kann ich das nicht ernst nehmen. Scheiß drauf. ... und schlägt seiner Tochter die Fresse ein, wenn sie jemals mit jemandem zusammenkommen sollte, der lange Haare hat. Damals war das nicht üblich, dass Jungs lange Haare haben. Es gab so einen Trend, da haben sie sich auf einmal lange Haare wachsen lassen. Da ist so eine Demonstration von deutschen älteren Herrschaften, die sich mies darüber aufregen und die wollen ihren eigenen Töchtern in die Fresse einhauen, wenn sie mit jemandem zusammen sind, der lange Haare hat. So konservativ. Amerikaner sind konservativ. Südamerikaner sind konservativ. Franzosen sind konservativ. Jeder, der irgendwie nicht auf diese Fleischbeschauung raufspringt, ist doch kein Muslim. Und das ist halt so das Ding, da merkst du dann, da kannst du die Doppelmoral von diesen Leuten dann aufweisen. Was würden die heute mit einem Stefan Raab machen, wenn es noch ein TV-Total geben würde? Ich habe mir das letzte Mal eigentlich mal überlegt. Oder Harald Schmidt fragen wir immer. Das ist natürlich ein super Vergleich. Sehr smart. Sehr smart. Einfach so die Vergangenheit. Was würdest du mit lauter Leuten machen? Ich habe selber früher Sachen gerappt, die ich heute halt einfach nicht mehr rappen würde. Das ist genau das, was ich vorher meinte. Genau das meinte ich vorher, als wir in diesem Talk mit Ru, Smog und Flair waren. Genau das meinte ich. Manche Menschen werden halt erwachsen und entwickeln sich weiter. Nicht alle sind so hängen geblieben, dass sie in Nostalgie schwelgen und früher war alles besser. Super Nintendo und Kassettenspieler. Nur Leute aus den 90ern kennen das. Eine Kassette mit so einem Bleistiftpost und so. Ja, Bruder, ist doch okay. Früher war es super schön. Ja, jeder hatte eine Kindheit. Aber irgendwann wirst du erwachsen. Du kommst in der Gegenwart an und manche Sachen bleiben in der Vergangenheit und es ist auch gut, dass sie in der Vergangenheit bleiben. Nicht alle Sachen sind automatisch gut, nur weil man sie lange gemacht hat. Früher wurde auch mal Sklaverei gemacht. Früher haben Nazis Asylantenheime angezündet. Naja, früher gilt da nicht durch die Bank, sowas passiert auch heute leider Gottes. Aber versteht ihr, worauf ich hinaus will? So, es ist das Jahr 2023 und wir lernen alle weiter. Wir entwickeln uns weiter. Wir merken, dass manche Sachen andere Menschen verletzen und dann lassen wir diese Sachen bleiben. Wie ich schon oft gesagt habe, ich habe früher selbst Sachen teilweise gesagt oder gemacht, die ich heute so nicht mehr machen würde. Warum? Weil ich erwachsen bin und mich weiterentwickelt. Und wenn du immer noch so hängen geblieben bist, dass ich will, kennt ihr diesen Typ? Jetzt, stopp, jetzt rede ich. Es wird sich hier nichts ändern, dieser Typ. Genau so. Das ist für mich so Sinnbild dafür. Es wird sich hier nichts ändern. Guck mal, wisst ihr, was die ganz einfache Antwort ist? Stefan Raab schätzt sich als so intelligent ein, dass er heute die Dinge, die er damals gemacht hatte, einfach gar nicht mehr so machen würde, sondern er würde es schlauer machen und auf eine Art und Weise machen, die ins Hier und Jetzt passt. Ganz einfach. Und dann würde er ebenfalls keine Probleme kriegen. Er hat auch damals keine Probleme gekriegt. Du konntest auch damals gewisse andere Sachen zum Beispiel nicht sagen und machen und wärst dann aus der Öffentlichkeit rausgeflogen und die hat Stefan Raab auch nicht überschritten. Ganz einfach. So ein dummes Gelaber. Es gibt nichts Schlimmeres als dumme Leute, die sich für schlau halten. Wirklich. Man muss schon sagen, dass man wirklich noch... Stefan war gecancelt. Alter, gecancelt des Todes, aber für jeden Clip, für jede fünf Minuten in der Sendung wäre der gecancelt worden. So, aber das war noch eine Zeit, da waren wir noch locker. Wir haben ja von Stock im Arsch. Ja, ey, das war eine Zeit, da waren wir noch locker. Da konnte man auch Schwuchtel als Schimpfwort sagen. Da durfte man sich noch lustig machen über Ausländer. Da hat man sich noch darüber lustig gemacht, wenn jemand im Lidl einkaufen war. Da hat man das N-Wort ganz normal benutzt. Ja, da waren wir noch locker, du, ey. Da hast du gar kein Problem, ey. Was ist das? Heute alle ein Stock im Arsch. Ja, da merkt man einfach Empathielosigkeit bei Menschen, die von sowas teilweise halt auch nicht betroffen sind. Aber nicht nur, weil wir sehen, da ist ja natürlich auch ein Belasch mit im Boot. Mittlerweile. Mit diesen ganzen Gruppierungen, man darf gar nicht mehr lachen. Man muss alles überlegen. Alles muss... Leute, bleibt ganz kurz dran. Hallo? Ja, ich habe das auch gerade gehört. Bist du unten im Studio? Ja? Ja, ich dachte auch, dass ich gerade gehört hätte, wieder jemand gelacht hat beim 100%-Fentanyl-Talk-Podcast. Das geht gar nicht. Okay, wir klären das. Politisch korrekt und hier und da ist es eine Katastrophe mittlerweile. Richtig. Schön gesagt. Stefan Raab, geilste Zeit, Alter. Einfach mal sich über sich selber lustig machen können, über andere auch mal lustig machen können, aber selber aber auch nicht so ernst nehmen. Weißt du, einfach drüber lachen. Wenn der irgendeinen Witz gemacht hat über Ausländer oder sonstige Sachen, die Ausländer haben selber darüber gelacht. Also wirklich, da fehlen mir alle Worte. Die Ausländer haben selber drüber gelacht. Cashmo, kennt alle Ausländer, weiß, ob alle Ausländer darüber gelacht haben. Einfach, weil er nichts gehört hat. Das ist wirklich brillant. Also, das ist eine so intelligente Aussage, von jemandem, der das natürlich überhaupt gar nicht beurteilen kann, weil er kein Ausländer ist, was auch immer ein Ausländer sein soll. Dass da dann jemand wie Belasch sitzt und da nichts dazu sagt, das spricht natürlich Bände über Belasch. Weil es halt einfach lustig war. Aber er hat genauso auch einen Witz über Deutsche gemacht oder über unsere Kultur. Das war halt einfach locker. Und das ist halt wirklich, ist einfach so traurig, dass alles nur noch so ernst genommen wird. Weil sie auch kein dickes Fell haben, auch immer, wenn ich sie mir die Manzen angucke, auch immer. Und da ist der nächste ohne Migrationshintergrund, der die Sache bewertet. Da sitzen drei Leute am Tisch. Nur einer hat Migrationshintergrund. Der erste ohne Migrationshintergrund hat gerade erklärt, dass die Leute das heutzutage viel zu ernst nehmen. Und damals war viel geiler, als Minderheiten sich nicht wehren konnten, wenn man über sie Witze gemacht hat. Schwarze sich nicht wehren konnten, wenn man das N-Wort einfach so benutzt hat. Im Fernsehen oder sonst irgendwo. Und Muslime und Kennex genauso wenig. Jetzt kommt der zweite Deutsche ohne Migrationshintergrund und lässt sich darüber auch aus. Sind wir mal gespannt, ob der einzige am Tisch, der davon direkt betroffen ist mit Migrationshintergrund, ob der da irgendwas sagen wird. Ich bin gespannt. So eine Verbittertheit, ja. Wenn zum Beispiel Eko, Kennex und Belasch über mich herziehen, ich habe gute Laune, ich freue mich. Und ja, die nehmen sich ein bisschen zu ernst, würde ich sagen. Ja, ist extrem geworden. Wirklich sehr extrem geworden. Auf jeden Fall, Alter. Und das hat halt, wie gesagt, auch die ganze Musiklandschaft. Auf jeden Fall, Alter. Case closed. Das hat auch mit verändert. Da darfst du ja auch nichts mehr sagen. Es wird ja jetzt alles auf die Goldwaage mittlerweile gelegt. Das ist halt wirklich sehr, sehr traurig. Sehr schade. Das ist ein riesiges Problem und das ist auch gar nicht jetzt so ironisch gemeint. Das ist ein ganz riesiges Problem. Ich finde auch, die Sprache wird genommen. Man hat oft Angst, auch sich schon auszudrücken. Manchmal weiß man mit Situationen nicht umzugehen, Alter. Die gehen in die Schule rein und erklären den Kindern über Sexualität. und wenn du der gleichen Lehrerin aber sagst, dass die geile Titten hat, kreist die aus. Also du weißt nicht, wie du dich verhalten sollst. Aber ein Problem, ein großes Problem ist halt auch immer dieses Nazi-Keule-Ding halt. Dass halt bei allem, was irgendwie nicht derselben Meinung ist, halt dann immer gerne die Nazi-Keule geschwungen wird. Das kotzt halt einfach nur noch an. Jeder, der nicht meine Meinung hat, ist ein Nazi. Das ist ganz klar. Also ich fand das neue Drake-Album irgendwie nicht so geil. Irgendwie so, weiß ich nicht. Langsam wiederholt der Typ sich. Ist irgendwie auch das Cover von diesem Gekritzel von seinem Sohn. Ist ja schön, ist ja sein Sohn, aber muss man sowas als Cover nehmen? Findest du nicht? Findest du nicht? Du bist ein Nazi. Ganz klar, ganz normaler Dialog bei mir zu Hause. Also diese Nazi-Keule, ich kann mir das alles nicht mehr geben. Es gibt auch echte Nazis, muss man dazu sagen, aber die werden irgendwie von denen irgendwie vollkommen links liegen gelassen. Ja klar, die sind total uninteressant. Wir werden alle zu Nazis gemacht. Du kannst, egal was für Nationalität, wenn du andere Meinung bist, bist du auch ein Nazi. Ist egal, woher du kommst. Was? Jeder kann Nazi sein, oder was? Krass. Krass? Wie geht denn das? Ich dachte nur, Deutsche können Nazis werden. Ist ja gar nicht... Hä? Verstehe ich gar nicht. Es gibt Nazis, die nicht deutsch sind. Wie ist denn das möglich? Das ist wirklich... Also es ist das Gipfeltreffen der Intellektualität dieser Podcast. Aber ich muss euch was Lustiges dazu erzählen. Wisst ihr, wie oft ich Nachrichten bekomme, weil ich mal irgendwo mich mal aufrege oder irgendwas in YouTube oder irgendeinem Video habe, weil Leute bei mir immer drunter kommentieren, ich glaube, ich bin behindert. Ja, geh doch zurück in dein Land. Alter, ich bin der Bio-Deutsche überhaupt, Alter. Bio-Deutsche, weil es Bio-Deutsche gibt. Also weil es gibt echte Deutsche, Bio-Deutsche und es gibt unechte Deutsche, Pass-Deutsche. Deswegen Bio-Deutsche, deswegen ist das lustig. Achim. Ich bin der Achim, Aue. Ich denke, Achim, 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 Achim. Ey, unglaublich, wie oft ich Nachrichten bekomme, Alter, nur weil ich mal auf der Sonnenbank gewesen bin, Alter, dann geh doch zurück in dein Land, Alter. Ich meine, Marbea ist dein Land. Ey, unfassbar, Alter. Jetzt mal später in die Heimat, vorhin nach Aachen, wo ich mein Heim habe. Unglaublich, Alter, wirklich Bio-Deutscher, sein Vater. Das Gemeine ist halt nur wirklich, guck mal, Kelschmo, also jeder mal im Umkreis kennt Kelschmo, jeder mal im Umkreis kennt B. Ja, wir haben eben schon gesehen, hier, wir sind bekannt. Ja, und wir haben ja auch dadurch geblutet, du, er, ich, finanziell, gesundheitlich, also jetzt mal auf den Punkt gebracht, aber wir können ja dagegen vornehmen, ich habe immer die Möglichkeit, durch diesen Podcast hier auch dagegen zu agieren, aber manche Leute kriegen die gleiche Packung ab und müssen das alles, alles schlucken. Ich glaube, das sind ganz gefährliche Leute auch. Also, oder auch ganz starke Leute, dass die nicht explodieren. Ja, das Ding ist, also was ich gelernt habe, für mich selber auch so, und für mich ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt attackiert werden würde, würde mich das gar nicht mehr so stören, weil ich halt für mich selber so eine Art und Weise entwickelt habe, wie ich damit umgehe, womit ich die am Ende des Tages immer zerstöre. Und das ist so, man darf nicht sich darauf emotional, also dass man emotional angegriffen ist, als nach außen präsentieren. So, egal, welcher Angriff oder egal, was ich mal bekomme, ich sage, hey, komm, dann gucken wir es doch mal an. Dann mache ich ein paar Witzchen darüber, dann lachen wir uns behindert, dann habe ich gar keinen Bock mehr. weil damit kommen die nicht klar, die kommen nicht damit klar, wenn du das locker alles aufnimmst und das quasi noch auf die Schippe nimmst. Sobald man da irgendwie emotional darauf reagiert, dann merken die halt, dass sie getroffen haben und dann fangen die an, richtig zu stechen. Und das ist so die, mit so die einzigste Waffe, womit man die halt auch schlagen kann halt. Und natürlich gleichgesinnte Leute von uns dann quasi auch noch ein bisschen Freude dran haben lässt halt, weil wir die da mal ein bisschen aufs Korn genommen haben. Finde ich richtig geil. Ich habe damals auch, wo ich mit Semide bei der Tartureröffnung war, von dir, mit Twin, da haben wir ganz lange darüber geredet. Und dann sagte er so, das Resümee war, Boogie, die werden uns immer hassen. Und ich finde es genau richtig, was wir auch den Typen gesagt haben, der gerade, die hassen sich selber. Ja genau, auf dem Braun war, das gesagt, guck mal, dann haben die gewonnen. Also wenn du ihre, das so konsumierst, wie sie es von dir verlangt, dich so verhältst, hat er ja gewonnen. Ja, natürlich. Also smile now, die later. So ist es. Dankeschön. Bei diesen Gutmenschen-Leuten ist immer ein großes Wort immer da toller. Zack, und Gutmenschen. Haben wir eigentlich irgendwie so einen Rechtstalk-Counter? Eigentlich bräuchten wir das, ne? Belasch, also Belasch, da ist ja wirklich jetzt komplett das Kind im Brunnen gefallen. Also er hört ja gar nicht mehr auf, einfach Sachen zu staten, die einfach eindeutig rechter Sprech sind. Das ist doch einfach nicht mehr normal Gutmenschen. Er hört einfach nicht auf. Also wie krass will er sich selber in die rechte Ecke reinstellen? Er macht es doch selber. Man muss gar nichts, man muss Belasch einfach nur zuhören. Das ist wirklich unfassbar. Unfassbar. Toleranz. Toleranz ist auch wirklich normalerweise wichtig. Ich finde auch, dass man tolerant sein sollte. Die, die null Toleranz haben. Richtig. Die haben aber selber gar keine. Die haben gar keine. Und die sind alle nicht rassistisch, wie Mohammed Shahul sagt, mein Bruder, bis zur Hochzeit der Tochter. So sieht es aus. Okay, das spuren wir jetzt vor, diese Tattoo-Shop-Eröffnung interessiert mich gar nicht. Ich finde viele Sachen, wo man sich beschwert wird, sind so Sachen, die jetzt die ganze Nation ergreifen. Die waren schon immer in Berlin salonfähig. Ich habe ja bei meinen Sohnen und auch sie auch bei der Tochter, das ist da ein bisschen weniger, aber da, mir macht immer diese, ja wirklich, das ist immer täglicher Begriff, also die Vorerziehung, diese sexuelle Früherziehung, macht mir immer Angst. Ja, das feiere ich gar nicht. Das macht mir immer wieder Angst. Vor allem, guck mal, ich saß bei mir im Garten, da war mein Sohn da, hatte da, keine Ahnung, wollte so eine Wasserpistole haben, so ein Gewehr, da lief er da rum, da wollte er schießen und hier und da und dann merkst du halt einfach so, okay, guck mal, hetero, du merkst einfach so, in den ganzen Sachen, das, was er macht, er ist auf jeden Fall hetero, ganz normal, der will Waffen, der will hier, die Natur gibt ihm schon vor, so diese Kampfdinger, so ein bisschen Kämpfen üben, man merkt, dass das irgendwo so in unserer Natur drin ist. So, und dann habe ich mit einem Kollegen geredet, ich sage, stell dir jetzt mal vor, guck mal, der lebt jetzt genau das aus, so total unbeeinflusst, das, was seine Natur ihm vorgibt. Und jetzt hätte ich dem in den Kindergarten gegeben, wo der dann jeden Tag, jetzt auf einmal noch da belabert wird, ob er da nicht, vielleicht auch mal einen Rock anziehen will oder sonst irgendwas, weißt du was, ich meine, das ist etwas, die reden immer von, Warum wird jetzt Boogie da oben so eingeblendet? Ja, auf jeden Fall, wir haben ja letztes Mal schon beim Preview darauf reagiert, das ist natürlich ausgemachter Schwachsinn. Nirgendwo in einem normalen staatlichen Kindergarten wird jemand deinem Sohn nahelegen, dass er einen Rock anziehen muss. Das wird nicht passieren, das ist ausgemachter Schwachsinn. Das ist so ein Blödsinn. Und übrigens, Schwule können auch kämpfen. Es gibt auch schwule Kampfsportler, stell dir vor, Schutz der Kinder und so weiter und so weiter. Für mich ist das etwas, was Kinder in der Psyche stören kann, was wirklich Störungen verursachen kann, weil die ja dann, die haben ja ein, ich denke mal, ein inneres Gefühl von dem. Ja, ist ganz klar. Also, wenn du einem Jungen, der heterosexuell veranlagt ist, sagst, hier Timmy, willst du mal einen Rock anziehen? Dann wird der Junge eine psychische Störung davon tragen. Der wird nicht sagen, iiiiih, das tragen nur Mädchen. und danach ganz normal weiterspielen. Der wird eine psychische Störung davon tragen. Der wird in dem Moment, wo ihm gesagt wird, willst du einen Rock anziehen, der wird dann, der wird dann sofort einen Schaden haben. Das ist auch, warum macht man auch Kinder labiler, als sie sind? Kinder sind stark, Kinder wissen, was die wollen. Kinder wissen aber sowas von krass, was die wollen. Das ist so ein Blödsinn, ey, unglaublich. Was richtig ist oder was sie jetzt tun sollen und dann werden die von irgendwelchen Älteren dann auf einmal mit solchen Sachen konfrontiert, wo sie sich fragen, oder was sie sich nicht beantworten können. Ich finde, das ist eher absolut kontraproduktiv für die Entwicklung eines Kindes. Man muss ein Kind Zitat Dr. Dr. Cashmore mit Dent sich selber so entwickeln lassen, wie es die Natur vorgegeben hat. Es gibt auch kein, ich glaube auch nicht daran, dass du überhaupt ein Kind in eine Richtung erziehen kannst. Ein Kind kommt auf die Welt, entweder ist es ruhig oder es ist ein Rebell. Das ist schon von der Natur aus irgendwie vorgegeben. Ja, da nickt Professor Dr. Boogie ganz bedächtig. Aber das ist ja auch lustig, Cashmore, weil damit beantwortest du es ja eigentlich selber. Du sagst gerade, du kannst ein Kind nicht in irgendeine Richtung erziehen. Also kann man ein Kind auch nicht in Richtung Homosexualität erziehen. Wovor hast du dann so Schiss? Wenn es überhaupt so einen Kindergarten geben würde, wo jemand deinen Sohn fragen würde, willst du einen Rock anziehen, dann könnte das doch deinem Sohn sowieso nichts anhaben, weil du ihn ja, wie du schon selber gesagt hast, nicht in Richtung XY erziehen kannst. Jetzt mal abgesehen davon, dass dir wirklich jemand dringend Bescheid sagen sollte, dass garantiert niemand von deinem Jungen erfahrten wird, dass er einen Rock anzieht. Außer er möchte es selber. Diese verschiedenen Charakter. Ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat, wie die Eltern sind oder sonst was. Du kannst es höchstens ein bisschen fördern in die Richtung, in die es dann geht. Aber dieses da einzugreifen in Kindergärten oder da in Grundschulen und so weiter und die da mit diese ganze Sexualität und die ganzen Scheiß da bin ich kein Fan von. Absolut nicht. Das ist ein Verbrechen für mich, Cashmore. Das ist ein Verbrechen. Definitiv, definitiv. Und da war ich, ich habe ja gesehen in den News, hier in Berlin, da war ja dann ein ganz extremes Beispiel mit einem, der auch irgendwie vorbestraft war. mit Schöneberg hatte ich eben mit den Uber-Fahrern. Vorbeschnauf war der nicht, aber der Typ ist Rüdiger Lautmann. Also der war, der hat ein Buch geschrieben, Die Lust am Kind. Ja, okay. Und hat seit 20, 30 Jahren immer wieder versucht, in die Grundrechte mit einzugreifen, wie viele andere grüne Politiker, muss man dazu sagen auch, um einvernehmlichen Sex zwischen Erwachsenen. Ja, es ist ja natürlich völlig klar, dass man in die Grundrechte eingreifen kann. Ey, Dicker, ey, Belasch, Alter, wie kann man so, wie kann man so ungebildet sein, aber dann trotzdem so einaufgebildet reden wollen? In die Grundrechte eingreifen. Die Grundrechte sind, die sind nicht verhandelbar. Die Grundrechte sind geschützt in unserer Verfassung. Hast du eigentlich irgendwie mal eine Minute recherchiert zu diesen Themen, über die du da teilweise redest? Mein Gott, das ist ja so dämlich, Alter. Boah, das ist peinlich, Mann. Ist wirklich peinlich. Peinlich. ... und Kleinkindern ins Grundgesetz zu schreiben. Muss man sich mal überlegen, ja. Und dieser Typ sitzt dann im Vorstand einer LGBT-Kita, die in Schöneberg aufgemacht wird. Also den Rest kann man sich immer zusammenmalen und dass die Leute sich jetzt dahinter verstecken, zu sagen, dass da laut man zurückgetreten ist, das ist ja auch nur durch öffentlichen Druck, hätten wir alle unser Maul nicht aufgemacht, dann würde der immer noch im Vorstand chillen. Also, damit haben wir den zweiten Fall, bei dem Dankbarkeit gezeigt werden muss. Vorher hat Cashmo uns erklärt, dass eigentlich Samra ihm persönlich dankbar sein muss, dass heutzutage Samras Karriere noch existiert, dass es Cashmos Errungenschaft und dass dieser Typ zurückgetreten ist, von wo auch immer, ist Belas' Verdienst an der Stelle. Ganz wichtig festzuhalten. Das ist das Wir-Wissen ist, weißt du, also seid mal nicht so ein Heuchler, weißt du. Deswegen, das sind auch so Geschichten, da bist du jetzt wieder rechts, wenn du das sagst. Ja, wahrscheinlich, ne. Ja, weil man versucht, diese Werte, die wir halt haben, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, konservative Werte, ja, wir Kanacken, wir sind halt von Grund auf ein bisschen konservativer, ist halt... Ja, äh, du, wir nicht, wir sind auch Kanacken, wir sind nicht alle konservativ. Stell dir vor, Kanacken sind nicht genetisch, dazu bedingt konservativ zu sein. Kanacken können sich auch weiterentwickeln. Konservativismus ist rückwärts gerichtet. Ich sage nichts dagegen, dass man Traditionen pflegen kann. Ich liebe auch sehr viele Traditionen, ja. Nicht alles, was aus der Vergangenheit kommt, ist scheiße. Aber nicht alles, was aus der Vergangenheit kommt, ist auch geil. Und deswegen halte ich nichts von Konservativismus, der ja starr daran festhält, dass sich bloß nichts verändern soll. So. Und nicht jeder Kanacke muss so sein. Es gibt hier in Stuttgart jede Menge sehr linke und antikonservativistische Kanacken und ich bin so stolz drauf, dass das hier in Stuttgart so ist. Und ich bin mir sicher, davon findet man auch sehr viele in Berlin, Belasch. Sehr viele. Aber wenn du tolerant bist, dann hast du das auch zu tolerieren, wie wir sind. Ganz einfach. So, weißt du? Und auf der anderen Seite... Das ist eine Einbahnstraße bei denen. Richtig. Und auf der anderen Seite hast du dann solche Geschichten dann, die wirklich seit dem Anfang der 80ern bekannt sind, dass immer wieder Leute versuchen, da irgendwie einzugreifen. Und ob ich jetzt rechts bin, links oder was auch immer, nein. Ich bin einfach nur ein Mensch, ich habe eine Meinung, genauso wie du. Du hast eine Meinung. Aber wir sollten eh das Wort rechts oder den Begriff rechts einfach neu definieren. Weil rechts ist ja nicht mehr das, wofür es mal gestanden hat. Es ist ja einfach nur, du hast eine andere Meinung, also bist rechts. So, deswegen sollte man, glaube ich, dieses... Also wirklich, da muss man wirklich ganz klar sagen, ich finde, man sollte das auch nicht weiter kommentieren, das ist absoluter Blödsinn. Niemand bei klarem Verstand erklärt jeden, der eine andere Meinung hat für rechts. Ich habe es ja vorher schon gesagt, ich mag Schokoladeneis, du? Zitroneneis? Nazi. Niemand, niemand verhält sich so. Die einzigen, die behaupten, so ein Verhalten entgegengesetzt zu bekommen, sind Rechte. Ehrlich gesagt. Leute, die einfach versuchen, daraus eine Keule zu machen. Die Nazi-Keule, die Nazi-Keule. Es gibt keine Nazi-Keule. Es gibt bloß Leute, die zu Recht mit rechter Scheiße kritisiert werden. Niemand erklärt dich grundlos zum Rechten. Das ist einfach Blödsinn. Es gibt Idioten, aber bitte lass die nicht zum Beispiel für die Allgemeinheit erklären. Die Allgemeinheit erklärt dich für rechts, wenn du rechts bist. Das müsste man einfach mal umdefinieren. Das ist für die Nazi-Keule. Ja, dass es nicht mehr so als so schlimm angesehen wird. So mittlerweile so, kann ich nur drüber lachen. Also hat, hat, also hat gerade Cashmo gesagt, er ist dafür, dass es nicht mehr als so schlimm angesehen wird, rechts zu sein. Ey, das muss man nicht mehr mehr kommentieren. Deutsch-Rapper wünscht sich, dass rechts sein nicht mehr als so schlimm angesehen wird. Ich höre, rechts, 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 immer dieses rechts. Das ist gar nicht definieren, Bruder. Das ist einfach vorbei. Das ist einfach, rechts heißt einfach, du hast eine andere Meinung. Das hat aber gar nichts mehr damit zu tun, ob du jetzt irgendwie Nationalitäten nicht abgehörst oder sonst irgendwas. Hexenjagd, so eine Hexenjagd auch. Naja, hat immer gut funktioniert auf jeden Fall. Es gibt auch, es gibt ja auch rechts, es gibt auch rechtsradikal, es gibt auch rechtsextrem, es gibt aber auch rechtsmitte. Das sind halt so, wer sich mit Politik nicht auseinandersetzen will und diese ganzen Spektren nicht erlernen will, was es jetzt genau bedeutet. Konservative sind auch Mitte rechts, sind aber keine Nazis zum Beispiel. Rechtsextreme sind Nazis. Kann schon alles ein bisschen kompliziert sein, aber da wirft man den Begriffen nicht um dich. Aber am Ende ist es eben, aber am Ende ist es eben, aber auch jeden seine Meinung. So weißt du, was ich meine. Ich zum Beispiel, ich habe mitbekommen, da war ja letztes Mal ein Riesenaufschrei, weil da gibt es ja diesen einen, ich weiß nicht, wie heißt er, Steven Feldmann oder irgendwie so. Hab ich mich krass, ne? Ja, irgendwie. Steven Feldmann oder irgendwie so. Ist klar, Kirschmo. Steven Feldmann oder irgendwie so. Weil sich da manche Leute mit ihm unterhalten haben, gab es ja dann irgendwie einen Riesenaufschrei. Ich fand das zum Beispiel nicht korrekt, weil ich sage immer so, der hat ja eine Meinung, so, natürlich, ich feiere die Meinung auch nicht, bin gar nicht seiner Meinung, aber warum, warum wird es verboten oder soll es verboten sein, mit Leuten in den Dialog zu gehen? Also, ganz einfach. Zwei bis drei ganz wichtige Punkte. Erstens, es ist nicht verboten, deswegen konnten diese Leute das ja auch machen, mit diesem Neonazi ins Gespräch zu gehen. Zweitens, Nazi sein ist keine Meinung, Nazi sein ist menschenverachtend. Und drittens, wenn du ernsthaft, ernsthaft Interesse daran hast, mit jemandem ein Gespräch zu führen, auf normale Art und Weise, bisschen Chitchat, bisschen Smalltalk, und was machst du so, Sport, Sparring, bisschen Döner-Teller-Essen, der dafür ist, Menschen abzuschieben, die eine Migrationshistorie haben, dann solltest du ernsthafte psychologische Hilfe aufsuchen. Ich fand es eigentlich eine geile Sache, dass dann da ein Scharo kommt und sich dann mit dem zum Beispiel hinsetzt, oder auch jetzt ein böse Mann, und dass man Dialog gefühlt war. Wie sollen wir denn diesen Fremdenhass oder diese ganzen Sachen überhaupt bekämpfen können, wenn der Dialog schon versucht wird, zu unterbinden? Weil vielleicht würde so ein Steven Feldmann und so weiter, wenn er in diesen Dialog geht, vielleicht auch eine andere Sicht der Dinge bekommen. Ja, ist ganz klar. Deswegen gab es auch danach dieses Statement von Steven Feldmann, wo er gesagt hat, ey Leute, passt mal auf, ich rede hier nicht groß rum, ich distanziere mich von keinem Nazi, ich bin Nazi, ich bleibe Nazi, ich werde auch weiterhin aktiv bleiben und das wird auch noch in zehn Jahren so sein, selbst wenn ich nicht mehr in der Aufmerksamkeit bin. Super, das ist genau die gleiche Taktik, die die anderen gehabt haben. Einfach mal mit dem Nazi reden und ihn dann wie durch Zauberhand verwandeln in einen Nicht-mehr-Nazi. Kennen wir irgendwoher, ne? Was war das nochmal? Ah, American History X und da haben wir schon wieder die Leute, die ihr Wissen und ihre Logik aus Hollywood-Filmen ziehen. Das ist nämlich, was euer Problem ist. Ihr habt eure Bildung und eure Logik aus Hollywood-Filmen gezogen. Ihr habt irgendwie nicht gecheckt, dass Hollywood-Filme bloß Unterhaltung sind und keine Bildung. Du würdest Dinge vielleicht auch mal anders ansehen und so weiter. Gut möglich. Der Dialog wird halt einfach versucht zu unterbinden, dass ein Dialog stattfindet. Das ist für mich sowieso ein Grundfehler. Wenn zwei Menschen miteinander Streit haben oder egal welcher Situation, wird es nie eine Verbesserung geben, wenn man nicht miteinander redet. Man muss natürlich in den Dialog gehen oder in den Konflikt und so weiter oder die Geschichte halt austragen. Nur das kann eine positive Veränderung bewirken. Und das finde ich halt sehr, sehr schlimm, dass wir Dialog wird halt quasi permanent unterbunden. Also ich fand es absolut okay, dass sich mit ihm unterhalten wird. Bin ich bei dir, Cashmore? Und mein Partner meinte mal, erst wenn man mit einer AK voneinander steht und nicht mal redet, dann wird es eng davor. Man wird immer probieren, Dialoge zu machen. Aber ansonsten, Alter, ist doch eine super Sache. Die sollen sich schon unterhalten. Der hat die Meinung, der hat die Meinung. So, weißt du, ist doch eigentlich ... Ja, ich habe die Meinung, Nazi sein ist nicht okay und der Nazi hat die Meinung, du musst von hier abhauen, du musst hier aus dem Land raus. Super, jeder hat einfach seine Meinung. Dickerchen. Ich fand es eine geile Sache, ich fand es interessant sogar, dass man sich mal so austauscht. In der heutigen Zeit ist es eh immer so, dass am liebsten immer so Debatten sind mit Leuten, die alle eine gleichgepolte Meinung haben. Ich meine, der ist aber ein bekennender Neonazi und das ist doch schon wieder erfrischend. Ich meine, der versucht nicht, wie viele AfDler irgendwie so zu tun, als wäre er voll der tolerante Gutmensch ist und Politik und Deutschland und so. Er sagt einfach, guck mal, Gutmensch-Counter. Pass auf, wenn wir an der Macht wären, würden wir euch hier rauswerfen. Genau. Deswegen danke, dass du mir diese Meinung geäußert hast, weil es mir lieber, dass mir jetzt jemand ins Gesicht sagt, dann weiß ich jetzt mit dir umzugehen. Ja, super, super. Wie gehst du denn dann mit dem um, Belasch? Wie gehst du mit dem Neonazi um, der dich und deine Familie abschieben will? Erklär mal, wie gehst du denn damit um? Wie dumm bist du eigentlich, Junge? Wie kannst du nicht einfach den Feind erkennen, der direkt vor dir steht? Hast doch gegen Nazis gekämpft. Ist ein Nazi. Hast vielleicht doch nicht gegen Nazis gekämpft? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Genau, er sagt seine Meinung, du weißt, wo du dran bist. Niemand muss sich mit Steven Feldmann unterhalten. Er ist recht nicht öffentlich. Wenn du so einen krassen Bezug zu ihm hast, dann red halt persönlich mit dem, wenn du der Meinung bist, du kannst ihn irgendwie bekehren. Aber das öffentlich zu machen und dabei nicht mal eine Streitdebatte zu führen, mit Rechten oder Rechtspopulisten zu streiten. Ich habe das auch schon gemacht mit diesem Michael Stürzenberger, mit diesem Islamhasser. Aber da bin ich hingegangen, um ihn zu und nicht um ein bisschen Smalltalk zu halten, darüber, was er so gerne für Musik hört oder ob er Sport macht oder zusammen was essen gehen. Das ist das allergrößte Problem. Und mit dem zu reden, daran ist absolut nichts geil. Gar nichts. Und da zu sagen, ich finde es nicht verkehrt, ich finde es gut, das ist absoluter Totalabsturz. Dümmer geht es nicht. Dümmer geht es nicht. Und dass dann da ein Belasch sitzt und es auch noch abnickt, ist wirklich an Erbärmlichkeit kaum zu überbieten. Krass. In einem Steven oder in Scharo oder was weiß ich was gegen Leute wie Steven. Aber vielleicht würden sie sich gut verstehen. Aber haben sie am Ende nicht und ist auch in Ordnung. So ist es auch nicht jedes Mal, dass man aus dem Dialog als aber es muss doch mal irgendwie raus gefunden werden. Ist so. Man muss halt einfach die Beweggründe auch mal versuchen zu verstehen. Ich kann dir die Beweggründe ein Nazi zu sein ganz leicht runterbrechen Cashmo. Du musst einfach ein gottverdammter HS sein. Dann wirst du ein Nazi. Ganz einfach. Ganz einfach. Das ist der einzige Beweggrund ein Nazi zu sein. Wie ich es gerade in dem Steven Feldman Freestyle gesagt habe. Um ein Nazi zu werden musst einfach nur ein HS sein. Das reicht. Einfach mal hinhören und dann kann man gucken. Vielleicht kann man ein paar Sachen ändern. Vielleicht auch nicht. Aber es ist auch nicht schlimm. Jeder soll seine eigene Meinung haben. Wenn es einen gibt der halt keinen Bock auf Ausländer hat. Dann ist es halt einfach seine Meinung. Da kannst nichts daran schon verkehrt, dass jemand ein Nazi ist, die Demokratie ablehnt, menschenfeindlich denkt, ist doch okay. Einfach mal akzeptieren. Weißt du, was das Traurigste ist? Die tun immer so, die denken, das ist so ein schlaues Argument, die tun immer so, als ob jemand hingeht und den direkt umbringt oder irgendwie verbietet zu atmen. Tun wir nicht. Das ist ja das traurige. Wir müssen das ja aushalten, dass wir Nazis in unserer Gesellschaft haben, solange die nicht gegen Gesetze vertreten, also verfassungswidrige Symbole benutzen oder sonst was. Und die wissen ja ganz genau, dass sie das nicht machen dürfen, deswegen machen die das auch nicht. Also ich weiß gar nicht, warum er die ganze Zeit so tut, als sechs Millionen Juden zu vergasen. Ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen, Alter, wie erbärmlich kann man die Verantwortung, die historische Verantwortung der BRD unter den Teppich kehren, dass wir niemals wieder zulassen dürfen, dass sowas nochmal passiert. Kein Mensch sagt, dass wir heute jetzt schuld daran sind, was vor weiß ich nicht wie vielen Jahren passiert ist. Aber wir haben die Verantwortung zu verhindern, dass so etwas jemals wieder passiert, während den Anfängen. Aber das ist wahrscheinlich schon viel zu viel verlangt. Ist halt seine Meinung so, dass solange er nicht rausgeht, Menschen angreift, attackiert oder sonstige Sachen so, ist es am Mindestags noch irgendwo legitim. Ich will einfach gar nichts mehr hinzufügen, weil es ist gar nicht nötig. Ich frage mich wirklich, wer das sich angeguckt hat und gesagt hat, ja, das holen wir raus, das ist echt schlau. Also wirklich, ich muss gar nichts dazu sagen, das sollen einfach die Leute sehen und sich ihr eigenes Bild davon bilden. Ganz ehrlich, da braucht man gar nichts hinzufügen. Es so viele von der älteren Generation, die halt auch so eingestellt sind, aber die gehen ja auch nicht raus und bekämpfen jetzt irgendwie die Leute. Naja, also vor nicht ganz 100 Jahren sind einige der Älteren durchaus rausgegangen und haben die Leute bekämpft. Aber weil sie nicht dürfen, muss man fernishalber dazu sagen. Wenn die Gesetze das denen erlauben würden, dann würde Stephen Feldman uns alle in einen Sack packen und direkt in Boot und weg. Warum sagt Belasch die ganze Zeit uns alle? Belasch, ich weiß nicht, ob dir das klar ist, du bist der Einzige in diesem Raum, der von den Nazis in einen Sack gepackt werden würde und rausgeschmissen würde. Warum nimmst du Leute, die davon nicht betroffen sind, mit in dieses Boot? Weißt du, was du selber bist? Weißt du, was die anderen sind? Verstehst du Mehrheit und Minderheit? Verstehst du das? Anscheinend nicht? Da muss man mal ganz direkt und ehrlich damit umgehen können. Könnte sein, ja. Er sagt es selbst. Er sagt es selbst. Ja, das könnte sein. Aber wenn die Gesetze, das kann man rumdrehen, wenn die Gesetze es aber auch hergeben würden, da würden aber auch viele von den Kartoffeln in den Sack geschmissen werden. Sag nicht Herr Feldmann zu böse machen, es gibt doch diesen legalären Dialog, der sagt doch, ey böse, du bist in Ordnung, ich würde die ab... Also ich habe sehr selten in meinem Leben überhaupt von Ausländern irgendwie irgendwas mitbekommen, dass sie sagen würden, wir müssten die Deutschen hier rausbekommen. Nein, das nicht, aber es gibt ja trotzdem schon eine, wie ich auch in manchen Regionen gibt ja schon eine Abneigung gegenüber Deutschen ist halt einfach so oder sagen wir mal in gewissen Gesellschaftsschichten und da würde man wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen rabiater mit einem deutschen Verfahren. Weißt du, wer das wäre? Die Deutschen. Die meisten, die Abneigung gegen Deutsche haben, sind Deutsche, Bruder. das ist das Problem. Das ist das Problem. Das sind linke Antideutsche. Da merkt man, dass Belasch bewusst ist, hier darf ich nicht zustimmen und er lenkt einfach das Thema ab. So, Cashmo kommt mit dieser Fantasie-Story, das ist ja auch Rechtspopulismus, das ist ja dieses die Scharia wird hier bald an die Macht kommen und dann haben die Deutschen hier gar nichts zu melden und dann werden die hier gejagt. Also da wird so eine Art umgekehrte Realität erschaffen, so als ob Deutsche die verfolgte Minderheit in Deutschland wären. Ganz klarer Rechtspopulismus und Belasch weiß, okay, das geht jetzt zu weit, also lenkt Deutschland einfach ab. Ja, aber die Antideutschen, die sind noch viel schlimmer und dann ist Cashmo so, das ist wirklich grauenhaft da zuzuschauen. Das ist wirklich grauenhaft zuzuschauen. Toa, unglaublich, unglaublich. Und so weiter. Ja, das sind politisch orientierte Menschen halt. Was du sagst, ist für mich im Promille-Bereich, ist es für mich nicht wirklich statistisch relevant. Aber es gibt es, klar, aber du redest halt von der Ausnahme, die die Regel bestätigt. Aber letztendlich sind wir hier in Deutschland und die Ausländer, die hierher gekommen sind, die haben meistens auch irgendwo eine Vergangenheit von Gastarbeitertum oder Flucht, weißt du. Aber so das, ja, so die Ausländer sich zusammentun und sagen, wir würden gerne die Deutschen aus Deutschland rausbekommen. Nein, das nicht. So meine ich nicht, aber ich meine, dass mehr in Gewalt jetzt rudert Cashmo zurück und das vergleicht Cashmo halt mit dem, was Belasch vorher meinte, dass wenn die Nazis die Möglichkeit hätten, sie alle Ausländer in den Sack packen und rausschmeißen würde, das vergleicht Cashmo mit der umgedrehten Situation, wenn er als Deutscher ohne Migrationshintergrund in der Minderheit ist. Das wollte er damit gleichsetzen. Jetzt hat Belasch das abgelehnt und jetzt rudert er zurück. Also dieser Talk ist ein einziges Trauerspiel. Deutschland hat eine sehr spezielle Vergangenheit. Die wollen wir auch alle respektieren. Ist doch auch okay. Aber es ist halt jetzt irgendwie auch knapp 100 Jahre her und irgendwann muss die Kontaktschuld von vielen Leuten dann auch mal irgendwie unterbunden werden, weil einfach eine Judith, die 23 Jahre alt ist, heutzutage nichts mit Onkel Adolf zu tun hat. Das erbe meine History Blut, aber Bro, sag mir, was habe ich mit Hitler zu tun? Weißt du, das ist ein Faktor. Aber auf der anderen Seite, man ist hier in Deutschland und dass die da ihre Sensibilität dann irgendwie behalten wollen, schön und gut, schön und gut, aber du hast recht, die absolute Meinungsfreiheit, die existiert in diesem Land nicht. Das ist ein absoluter Fakt. Ja, und das kann ich bezeugen, Kianosch hat versucht, meine Meinungsfreiheit zu unterdrücken, indem er meine Kritikvideos an sich striken lassen hat. Danke, Kianosch, nochmal, ne? Ich habe einen linken Professor als sehr, sehr guten Freund, der in den USA da drüben arbeitet, der ist genau dieser Linker, nicht der Rechte, der sagt, ich habe kein Interesse daran mehr großartig, hier in Deutschland zu leben, weil die eingeschränkte Meinungsfreiheit mir auf den Sack geht. Das ist geil, das ist richtig geil. Also Belasch hat einen Kumpel, der ein linker Professor ist in den USA, der hat keinen Bock mehr in Deutschland zu leben wegen der eingeschränkten Meinungsfreiheit. Quelle, vertrau mir, ich kenne so einen Professor, der hat gesagt, Corona gibt es ja nicht wirklich. Super, Belasch, anekdotische Evidenz, wirklich sehr glaubhaft. Das muss man sich mal überlegen. Da drüben in den USA kannst du sagen, was du willst. Du kannst die USA kritisieren und auch wirklich berechtigt. Die haben seit ihrer Gründung einfach acht Jahre keinen Krieg gehabt. Ich will nicht sagen, dass die USA das Traumland ist. Aber in Bezug auf diesen einen Punkt und zwar die Meinungsfreiheit ist es einfach ein Fakt, dass Deutschland keine eingeschränkte Meinungsfreiheit bietet. Aber hier ist es aber auch so, in Deutschland ist es aber auch so. Das ist Fakt, das ist Schulwischen. So wie 11. September, wissen wir jetzt. Sodass wir generell, aber auch permanent mit diesen News und Meinungen auch halt vollgeballert werden. Was ich zum Beispiel an Mallorca geil fand, wo ich jetzt die ganze Zeit da war, das ist einfach, du stehst halt einfach auf, entweder springst du mal in den Pool, du guckst keine Nachrichten, liest keine Zeitung und lebst einfach dein Leben. Und hier in Deutschland ist das so extrem geworden, dass wir halt so permanent Das ist wirklich ein sehr intelligenter Vergleich von Cashmo, Deutschland als ganzes Land zu vergleichen mit einer Urlaubsinsel wie Mallorca. Das, hey, denken die Jungs wirklich, dass es schlau ist, was sie da von sich geben? Du vergleichst also Mallorca, eine Urlaubsinsel, eine deutsche Urlaubsinsel im Prinzip, mit Deutschland. Wäre nicht sinnvoller, Spanien mit Deutschland zu vergleichen, ne? Nein. Mallorca, super, mega schlauer Vergleich. Das ist wirklich absolut, also dieser ganze Podcast ist einfach ein Intelligenztest. Man muss einfach nur den Podcast angucken, man weiß ganz genau Bescheid, womit man arbeiten kann bei den dreien IQ-technisch. Voll geballert werden von allen Seiten mit Negativ-News, also wirklich auch nur noch fast nur noch Negativ-News, so dass es halt sehr, sehr extrem geworden ist. Reizüberflutung. Ja, extrem, sehr, sehr extrem. Also wie gesagt, ich musste meinem Vater ein paar Mal sagen, Alter, schmeiß mir die Bild-Zeitung da weg. Weißt du, ich meine, der kommt mir da jeden Tag mit der Bild-Zeitung an und zeigt mir da irgendwelche neuen Story. Ich sage, ich tue das Ding weg. Dann muss ich ihm erklären, guck mal, sag ich, eins, was mich interessiert ist, wenn ich morgens meine Haustüre aufmache, dann gehe ich raus auf die Straße und dann sage ich zu dem, dann sehe ich da keinen Syrer, der gerade irgendeinem den Kopf abschneidet und ich sehe auch keinen anderen, der gerade irgendwie da ein Mädchen vergewaltigt. Alles ist gut. Alles ist gut. Dann habe ich mir gesagt, guck mal, mach deine Haustüre, tu die Bild-Zeitung weg, mach deine Haustüre auf und guck, was du siehst. Das ist ja eine gute Sache, die er seinem Vater gesagt hat. Was er aber nicht merkt ist, ist, dass er das selber wieder zunichte macht, wenn er dann die ganze Zeit Aussagen tätigt, die genauso hätten in der Bild-Zeitung stehen können. Dass er das nicht mal selber rafft, ist echt traurig. So und so sollten wir halt alle leben. Aber wir holen zu viele Informationen und denken die ganze Zeit, dass wir gerade in einem Krieg irgendwie leben. So und das ist halt hier super extrem halt in dem Land mittlerweile. Brightwash. Das hast du halt sehr gut gesagt. Also wir haben so viel Leid und Not und Kriege und Verbrechen an die Menschen auf der ganzen Welt, auf die gar nicht geblickt wird, nur wenn es halt irgendwie mit etwas zu tun hat, was dann gerade quasi den Plänen in die Karten spielt. Die großen Pläne. Was du politisieren kannst, schön ausnutzen. So ist es. Das alte Spielchen, das ist ein bisschen gut und böse. Zivilisierte Volk gegen das Böse. Gut und Böse. Das Problem ist auch, guck mal, wir unterhalten uns darüber, ganz neutral. Es ist keine Verschwörungstheorie, aber es wird eine einfach daraus gemacht, als hätten wir einfach einen am Sender. Und das ist halt das Schlimme. Und das fuckt halt einfach irgendwann dann mal ab. Ja, was er abfuckt, ist, wenn man nicht merkt, wenn man einen am Sender hat und denkt, dass man ultrasmart ist. Ich schmute rechte Schwurbler hier am Tisch. Also ich wundere mich, ich dachte ja eigentlich, das ist ein Pegida-Demo, jetzt bin ich ja doch irgendwo ein Oddcast gerannt. Ja, wir haben heute einfach auf jeden Fall alles einmal durchgenommen. Es ist auf jeden Fall lustig, dass Sie sich auch noch darüber lustig machen, über das, was tatsächlich in diesem Podcast passiert ist. Alles war im Programm. Was das Herz begehrt. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass der Lauterbach auch seine fünfte... Okay, das Thema lassen wir aus. Lauterbach, es wird mir wirklich zu viel Hirnschmelze hier. Ich denke, das war es dann auch. Am Ende verabschieden die beiden. Happy End kann man nicht sagen, aber together forever. Wir versuchen das Beste daraus zu machen auf jeden Fall. Also ich kann nur sagen, das Beste, was man daraus machen könnte, wäre einfach zu solchen Themen nicht mal zu reden. Das wäre besser für eure Fans. Das wäre besser für meine Nerven. Aber leider Gott, das wird das nicht passieren. Und deswegen werden wir so eine Scheiße weiterhin kommentieren. Ich kann eigentlich nicht mehr viel mehr hinzufügen, als dass dieser eine Stunde 46 Podcast wirklich ein absolutes Gipfeltreffen der Falschaussagen, der Verschwörungstheorien, der rechtspopulistischen Narrative und natürlich einfach auch der Dämlichkeit darstellt. Es ist wirklich, es spricht für sich. Also ich muss sagen, ich bin überwältigt. Wir haben ja schon aufs Preview reagiert gehabt und aufgrund des Previews dann doch jetzt in diesen Podcast reingehört. Ich will keine, ich will keine Angewohnheit daraus machen. Ich finde diesen Podcast absolut schlimm und diese Folge zeigt einfach noch mal aufs Neue, wie unfassbar, wie unfassbar absurd das Niveau ist, auf dem sich die Talks in dieser Sendung abspielen. Ich sage es nochmal, allein schon aufgrund der Streitigkeiten mit Boogie und Belas und der Dinge, die die beiden über meine Familie, aber vor allem auch Boogie gegenüber meinem krebskranken Vater geäußert hat, will ich so oder so nichts mit Leuten zu tun haben, die danach noch in diese Sendung hingehen. Aber selbst die Leute, denen es scheißegal ist, ob ich was mit denen zu tun haben will. Leute, schaut euch das an. Warum wollt ihr in dieser Sendung stattfinden? Warum? Außer ihr denkt selber so. Fragt es euch selber. Viel Spaß.